Jährichum. Jährichum. Jährichum statt Jährichum. Noch 30. Vorwarnung für die Maz II. Maz II. Noch 20. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Noch 10 und Achtung. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute am letzten Tag seiner Nahostreise die Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität Ben-Gurion erhalten. Anschließend traf er in der israelischen Stadt Jericho den PLO-Chef Yasser Arafat zu einem Gespräch. Und ab. Für gut zwei Stunden kam der Bundeskanzler am Vormittag in das palästinensische Autonomiegebiet. Der erste offizielle Besuch eines deutschen Regierungschefs bei Palästinenser Führer Arafat. Auch für die palästinensischen Dudelsack Pfeiffer war es eine Premiere, als sie versuchten, die deutsche Hymne zu intonieren. Der Präsident von Dynamo Dresden stürzt den ostdeutschen Bundesliga-Club offenbar in die größte Krise der Vereinsgeschichte. Trotz zahlreicher Rücktrittsforderungen hält der Vereinspräsident Otto an seinem Amt fest. Dieses Präsidium tritt nicht zurück. Egal was mit diesem Verein in welcher Form auch weiterhin jetzt geschehen mag. Es sieht schlecht aus für den wohl bekanntesten ostdeutschen Fußballverein Dynamo Dresden. Dynamo, du Arschloch. Dynamo. Der hessische Bauunternehmer und Pferdeliebhaber Otto war viele sächsische Kleinunternehmen in den Ruin getrieben. Charin. Sehr gut. Komm noch mal. Dem sportlich ohnehin schwächelnden Fußballklub Dynamo brot der Abstieg in die Regionalliga. Damit wäre die einst so traditionsreiche Fußballregion Sachsen nicht mehr in der höchsten deutschen Liga vertreten. Dresden war unter anderem zehnmal Meister in der ehemaligen DDR geworden. Ich hab keine ehemalige DDR. Abschluss. Was ist denn? Es ist vorbei schon. Was denn? Wir melden uns wieder mit dem Tagesjournal um 22.30 Uhr. Dynamo, Landers. Dynamo. Warum sagst du dir das nicht? Und die nicht enden wollenden Diskussionen um die Reichstag... Wer weiß es doch, Karin. Weiß er doch, ne? Ist auch ehemalig Weg. Wo? Was? Soll ich dich abschminken? Nee, lass mal. Das mach ich heute selbst. Siehst blass aus. Du nicht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wann fängt denn das an? So zwischen neun und halb zehn. Viertelstunde, Ausgang B? Okay. War denn Fußball überhaupt erlaubt im Osten? Tut mir leid, Landers. Bitte? Mit Ihrem Dynamo. Oh, danke. Ich bin Bayern München Fan. Ist ja noch schlimmer. Dynamo. Wann haben die nie. Wollen die euren Dreck nachher weg? Sieht ja aus wie Sau hier. Ja, wollen wir noch so was, Leutnant? Was? Nichts. Nichts? Ich würde jetzt mich an deinen Vater gehören. Jetzt schon. Lefsky der Arsch. Wahnsinn. Was? Der Wein. 49 Mark. Vergiss das nicht zu sagen. Muss ich irgendwas wissen von einer Maggie? Also, Maggie, nennen Sie nur Ihre Freunde. Sie heißt Margarete. Sie ist nett, sie ist schön, sie ist reich. Ihr Vater hatte eine große Brauerei in Hamburg. Bierbär. Bierbär? Ach du Scheiße. Es werden nur ein paar Künstlerfreunde da sein heute Abend. Nichts Großes. Margarete hat ein paar Jahre Geschichte studiert auf Unis in der Halben Welt. Sie kennt überall Künstler. War davon sehr gut, wenn du weißt, was ich meine. Klingt nicht gerade, als wäre sie deine beste Freundin. Doch, ich mag sie. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Doris. Was ist denn? Bleib sachlich. Ich hasse diese Art von Diskussion. Ich stelle dir Fragen, du gibst mir Verhaltensnoten. Der Ton macht die Musik, Doris. Gut, Elke. Also nochmal leise und freundlich. Sind wir Paviane? Ich finde das zu dogmatisch. Die Ossis holen wirklich auf. Guck dich an. Du bist Ossi. Bist du nicht erfolgreich? Du, ich bin die einzige ostdeutsche Journalistin beim Spiegel. Wusstest du das, Elke? Die einzige. Es gab ja auch keinen Journalismus bei euch in der DDR. Es war nicht meine DDR, Richard. Hör auf damit. Erfolgreiche Ossis sind ein Thema. Die halbe Fußball-Nationalmannschaft besteht aus Ostdeutschen. Klar, Holgi. Und Neger rennen schneller als Weiße. Doris. Bleib sachlich. Peter, hör doch auf. Du bist seit 20 Jahren dabei. Ich dachte, wir sind ein Nachrichtenmagazin und nicht die Fußballwoche. Ich finde es interessant. Gesellschaftlich interessant. Vielleicht sind die Ostdeutschen hungriger. Hungriger als die im Westen. Nicht so ausgeruht. Das ist doch Unsinn, Peter. Nur weil ein paar hochgezüchtete Leistungssportler Goldmedaillen holen, kann man doch keine darwinistischen Schlüsse ziehen. Es gibt doch Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und Eiskunstläufer. Vergiss die Maler nicht. Deine Malerfreunde aus der guten alten Zeit. War ja nun nicht alles schlecht, oder? Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren. Mach eine Liste von Leuten, die in Frage kommen und check sie durch. Mit deinem Freund von der Behörde. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Prinzipien. Wir haben 1995, Doris. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Der Krieg, Mädchen. Der Krieg. Der Krieg hat noch gar nicht angefangen, Richard. Lieber Bernhard, wir entwerfen hier zur Zeit eine Titelgeschichte zu erfolgreichen Ostdeutschen. Mir ist außer uns beiden zunächst gar niemand eingefallen. Aber dann habe ich mich hingesetzt und doch noch ein paar gefunden, die man, zumindest wenn man sie mit den anderen 15 Millionen Ostdeutschen vergleicht, erfolgreich nennen könnte. Weil man ja gerade bei den erfolgreichen Ostlern nie sicher sein kann, ob sie nicht auch als WM gearbeitet haben, schicke ich dir hier mal die Liste von den Kandidaten für die Titelgeschichte. Es sind die Übenverdeckung. Sportler, Schauspieler, Volksmusikanten und dieser Fernsehansager. Ich hoffe, du kannst mich wie immer ein bisschen bevorzugt behandeln. Mit anderen Worten, es wäre schön, wenn ich die Ergebnisse Ende nächster Woche hätte. Inklusive Außenstellenrecherche. Ich würde sie mir gern höchstpersönlich aus Berlin abholen. Wenn das ein Ansporn für dich ist. Deine Doris. Brandstein geht zu den Privaten. Was? Brandstein geht zu den Privaten. Er fängt ein Frühjahr an. Ich denke, er sollte bei uns Ende des Jahres vom Sender gehen. Dann brauchen wir einen neuen Mann für das Tagesjournal. Das würde er sich anbieten. Ich finde das nicht komisch, Gerd. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich weiß es seit gestern. Hat er denn nicht mit dir verhandelt? Sicher, aber wir können doch nicht mithalten. Und am Ende dachte ich, vielleicht ist ein neues Gesicht gar nicht schlecht. Aber sowas muss doch lange vorbereitet werden. Kommt, Charlie, jetzt hör auf zu jammern. Du hast drei Monate Zeit, jemanden zu finden. Das wird ja wohl reichen. Was ziehst du denn da unter den Haaren rum? Sie fallen aus. Ich weiß auch nicht, warum. Die Bürgerrechtlerin Bärbel Bolley darf den PDS-Bundestagsabgeordneten Gysi nicht als Stasi-Spitzel bezeichnen. Sie wurde rechtskräftig verurteilt, diese oder ähnliche Äußerungen zu unterlassen. Bolley will gegen das Urteil Verfassungsbeschwerde einlegen. Und nun, meine Damen und Herren, die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 26. September. Jan, du sollst in einer Viertelstunde zu Grundmann kommen. Okay. Und? Prima. Ja? Sie wollten mich sprechen? Wissen Sie, wie viele Haare ein gesunder Mensch am Tag verliert? Zehn. Hundert. Man kann hundert Haare verlieren, ohne sich Sorgen zu machen. Sorgen um was? Was weiß ich. Setzen Sie sich. Wissen Sie eigentlich, dass Sie der einzige Mitarbeiter aus den neun Ländern hier sind? Nö. Wundert mich aber auch nicht. Warum wundert Sie das nicht? Weil ich nicht den Eindruck habe, dass irgendjemand sich hier wirklich für den Osten interessiert. Weil wir im Urlaub nicht an Ihre Baggerseen fahren? Wir sagen gar nicht Baggerseen. Was sagen Sie? Weiß nicht. Jedenfalls nicht Baggerseen. Schönes Beispiel. Ja. Wie Sie vielleicht gehört haben, obwohl es natürlich niemand weiß, verlässt uns der Kollege Branstein in Richtung Privatfernsehen. Habe ich nicht gehört. Auch gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihn beim Tagesjournal ersetzen. Wow. Ja. Wir machen natürlich vorher ein paar Tests. Haben Sie eigentlich studiert? Abgebrochen. Und was? Kulturwissenschaften. Hätte ich auch abgebrochen. Gut, Landers. Das war's. Ich sag Ihnen Bescheid, wann die Tests genau anfangen. Landers? Ja? Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Ja? Ja. Kiesgruben. Im Baggerseen heißen bei uns Kiesgruben. 2 Nachrichten vorhanden. Nachricht 1. Guten Tag, Herr Landers. Hier ist Gerlach von Gerlach Immobilien. Wir haben Ihre Reservierungsanfrage zu unseren Elbloft zu erhalten. Es ist Loft 326, 186 Quadratmeter Penthouse. Sie könnten sich den Loft am kommenden Mittwoch ansehen, bevor Sie die Reservierung vornehmen. Buchen Sie uns doch bitte morgen zwischen 9 und 19 Uhr zurück. Hamburg, 437891. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Nachricht 2. Jan, Mutti! Hallo! Jan, also nächsten Donnerstag ist doch der Hafengeburtstag. Und da haben wir uns überlegt, also Vati und ich, dass wir gerne mal vorbeikommen würden. Können wir wieder bei dir übernachten? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Also wir kommen mit dem Zug, der 10.52 Hauptbahnhof Hamburg ankommt. Holst du uns ab? Das war's. Ja, das war's. Das war's. Ich hab's. Ich hab's. Wie ist denn das? Das war's. Wann nicht! Für uns ab. Wir haben uns auf den Geheimen Asi. Oh, wir haben. Das war's. Das war's. Ah. Das war's. Oh, mein Gott. Ja, Herr Raschke. Alter, nee, nee, ich bin schon seit zwei Stunden, oder? Ja, ich war joggen. Ja, ja, klar, es bleibt dabei, Herr Dr. Reichelt. Um elf bin ich bei Ihnen. Einen Fotografen noch nicht. Doch, das wird eine große Sache in unserer Wochenendausgabe. Ja, genauso groß wie mit dem Ministerpräsidenten. Gut, bis gleich, Herr Dr. Reichelt. Ja. Mitten in der Nacht. Reichelt, du Arsch. Unser erstes Thema am 3. Oktober sind die Deutschen fünf Jahre vereint. Umfragen haben Hochkonjunktur und verraten uns, es geht voran. Die Hälfte der Ostdeutschen denken mittlerweile, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Vor zwei Jahren gab es 25 Prozent. Und knapp 60 Prozent in Ost-West sagen, dass es ihnen besser geht als noch vor zehn Jahren. Herr Raschke, schön, dass Sie da sind. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Sie sind ja der erste Journalist, den wir unsere neu gestaltete Behörde vorstellen. Der allererste. Ja. Meine Frau Wolters, das ist Herr Raschke von der NRZ. Tag, Frau Wolters. Guten Tag, Herr Raschke. Ich mag Ihre Artikel sehr, wenn ich... Ja, Frau Wolters. Herr Raschke. Machen Sie uns den schönen Kaffee, Frau Wolters. Oh, danke. Das ist mein Reich. Hier ist praktisch nichts verändert worden. Und da saß also... Generalmajor Günther Bürger, richtig. Leiter der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Das war sein Schreibtisch, sein Stuhl, elektrischer Bleistiftanspitzer. Sogar die beiden Gummibäume sind noch für meinen Vorgänger. Vorgänger? Hast du Lust, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Aber nicht wieder in so einen dänischen Schwarz-Weiß-Film, wie neulich mit dem Hund. Das war ein Spanischer. Nichts Spanisches, nichts Dänisches. Ich hab's gerade gehört. Alles Gute. Hm. Ich bin überzeugt davon, dass Sie genau der richtige Mann sind. Danke. Fünf Jahre deutsche Einheit und ein ostdeutscher Einkommen. Sehr gut. Auch politisch finde ich das wichtig. Politisch? Ja, als Signal für die Leute in den neuen Ländern. Habt ihr irgendwie ne Code-Sprache? Komm schon. Wenn's Branchenstein weiß, hier sind's eh alle. Außer mir. Ich soll das Tagesjournal übernehmen. Oh. Was meinst du damit? Womit? Oh. Was soll das heißen? Oh. Jan, übernimm dich, meine ich. Nee, das machst du schon. Das versteh ich nicht. Seit zwei Jahren erzählst du mir, dass ich immer nur Sachen vom Blatt ablese, die andere Leute mir aufschreiben. Sag bloß, du richtest dich nach mir. Ja, klar. Mach ich auch. Hm? Du bist der wichtigste Mensch, den ich hier habe. Ich freu mich auch für dich. Es ist nur so, als würdest du immer alles zur rechten Zeit machen. Und was ist daran schlecht? Ich weiß nicht. Ist unheimlich. Die richtigen Bilder, der richtige Wein, der richtige Job, die richtige Frau. Erster Chef war ein gewisser Leutnant Gröschner. Und 1986 übernahm dann General Mario Bürger die Verwaltung und... Entschuldigen Sie bitte, Herr Reichelt. Der Bote. Der Bote. Der Bote aus Berlin. Da kriegen Sie gleich mal einen ordentlichen Eindruck, wie das bei uns langläuft. Bisschen was Lebendiges für Ihren Bericht. Der Bote. Ja? Sie erwähnen den Boten aus Berlin. Richtig. Er kommt einmal in der Woche und überbringt uns die Rechercheaufträge aus der Zentrale. Wenn nämlich Leute für eine gewisse Zeit ihres Lebens Neubrandenburg wohnten, dann wurden sie gewöhnlich von hier übernommen. Ihre Akte liegt dann bei uns und Berlin bittet uns gelegentlich, die Lücken aufzufüllen. Warum sollte jemand einen Teil seines Lebens Neubrandenburg verbringen? Als Berliner? Da gibt es die verschiedensten Gründe. Wir haben ein großes Berufsausbildungszentrum, einen guten Sportclub. Die Armee. Richtig. Mal sehen, was wir heute haben. Der Bote wartet im Leseraum. Sie müssen da noch abzeichnen. Richtig. Sie entschuldigen mich bitte. Herr Raschke, Ihr Artikel über unseren Ministerpräsidenten, das war, also wenn ich das sagen darf, ich habe den verschlungen. Danke. Hätten Sie vielleicht ein Aspirin für mich? Ich könnte im Sanitätsraum nachfragen. Herzfraubehaft, Frau Wolters. Diese Bürokraten in Berlin treiben mich noch in den Wahnsinn. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Ich zeige Ihnen dann die Maschinen. Italienische Archivsysteme. Vollautomatisch. Die haben die nicht mal in Berlin. Bitte. Das ist dein Schatz. Eine Erkältung? Nichts aus. Sie sehen doch ganz blass aus. Danke. Der Blick ist unverbaubar. Das Dachdeck, das gemeinsam genutzt wird, hat 400 Quadratmeter. In der ersten Etage befindet sich das Fitnesscenter, der Indoor-Pool und Wohn- und Arbeitsbereich des Caretakers. Caretaker? Hausmeister. Ah, verstehe. Wie viele Stellplätze in der Tiefgarage brauchen Sie? Wie viele könnte ich denn haben? Drei, maximal drei. Wozu braucht jemand drei Stellplätze? Drei Autos, nehme ich an. Wir erwarten in diesem Gebäude sehr individuelle Mieterpersönlichkeiten mit eigenen Vorstellungen. Sie haben alle Freiheiten. Nur für den Küchen- und Sanitärtrakt unterliegen wir gewissen Beschränkungen. Bedingt durch die Strangstruktur. Strangstruktur. Oh. Frau Bär, Sie sind einen Tick zu früh. Ich weiß. Der Blick ist unverbaubar. Ich weiß. In Kanute, eine Leichtathletin und dann dieser Landers von den Nachrichten. Der ist Neubrandenburg? Nee, der war hier bei der Armee. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der Landers ein Häussiges. Warum nicht? Weil er lesen kann. Also auf mit dem Scheiß. Dass er äussig ist, ist natürlich viel besser wie unsere Geschichte, ja? Es ist ja, ob die Geschichte gibt. Sogar ich glaube, bei der Stasi war. Ich wüsste auch nicht, wenn der Spiegelchen überhaupt angefragt hat. Wissen Sie, wer den Antrag gestellt hat? Nee, Doris Theisen. Theisen. Das ist ein Bluthund. Der hat mal eine Geschichte über Stasi und Sport gemacht. Das war nicht fein. Obwohl sie selber äussig ist. Das sind die Schlimmsten. Wir müssen auf jeden Fall vorher rauskriegen, ob da was dran ist. Das wäre natürlich genial. Nachrichten. Staatssicherheit. Mann, das wäre eine Riesengeschichte. Damit greifen wir Schwerin an. Vielleicht sogar Rostock. Raschke! Und Sie holen sich endlich Ihren Preis. Erfolgreicher Ostler, ja? Das wäre nicht meine Idee. Na, dein Chef mag diese Geschichten, ich weiß. Ja, leider. Aber vielleicht ergibt sich ja was. Vorhin hat mich so ein eifriger Behördenleiter aus Neubrandenburg angerufen. Ach, reichelt. Genau. Er klang ein bisschen überdreht. Ja. Der Mann hat ja modernere Archivmaschinen angeschafft, als wir ja haben. In Neubrandenburg. Dem KUKAF. Der ruft ja täglich an. Ich lasse ihn manchmal gar nicht mehr durchstellen. Was sagt er denn? Er hat nur bestätigt, dass die Anfragen da sind und dass ich in drei Tagen eine Antwort bekomme. Das ist schnell. Wen hat er denn? Zwei Sportler und diesen Landers von den Nachrichten. Ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass der Ostler ist. Ja, ich auch nicht. Und das finde ich interessant. Egal, ob er bei der Stasi war oder auch nicht. Und außerdem ist er aus Lichtenberg. Er hat ganz bei mir in der Nähe gewohnt. Du schreibst immer nur über dich selbst. Stimmt. Ich mag Wasser. Willst du deshalb hierher ziehen? Vielleicht. Ich ziehe bei meinem Freund aus. Aha. Und du? Ich suche. Ich wohne seit zwei Jahren in Hamburg. Ich wollte immer mal eine Einwahrungsparty schmeißen, aber habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich glaube, es liegt an der Wohnung. Ich habe keine Lust, irgendjemanden einzuladen. Was ist mit der Wohnung? Sie ist ein Übergang. Irgendwie wollte ich nie, dass jemand sie sieht. Ich bin hier ausgezogen, weil ich nicht wusste, ob ich zurück nach Berlin gehe. Lebt deine Familie da? Ja, meine Eltern und meine Schwester. Was machen die? Mein Vater ist Konstrukteur. Meine Mutter arbeitet an der Uni. Sie hat sich schon vor 20 Jahren von ihm scheiden lassen sollen. Und meine Schwester ist mit einem Idioten verheiratet. Hast du Geschwister? Nee. Und deine Eltern? Meine Mutter ist gestorben. Mein Vater, schwer zu sagen. Er malt. Also versucht zu malen. Er lebt auf Sylt, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ein bisschen sonderbar, aber ich liebe ihn sehr. Er lebt auf jeden Fall. Also dann. Stand da übrigens vorher nicht ganz zufällig da. Ich hab mir gedacht, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern und ich muss die Initiative übernehmen. Baita 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 Mahlzeit. Mahlzeit. Es gibt eine Karteikarte. Sehr gut. Und was ist anders gemacht? Keine Ahnung. Bis hier habe ich nur die Karteikarte gesehen. Die Akte ist in einem anderen Bereich abgelegt. Ich brauche die Akte. Unbedingt das Erste. Wenn es sogar Karteikarte gibt. Landers ist doch für die Stasi gearbeitet, oder? Wahrscheinlich. Es gibt aber auch Fälle, wo die Leute überhaupt nichts davon wussten. Vorläufe. Die Stasi hatte erst mal nur geplant, die Leute als informelle Mitarbeiter zu verpflichten. Hatte Landers schon einen Decknamen? Pankow. Pankow? Stadtteil von Berlin. Nichts begleit. Was soll denn das, Pankow? In den 50er Jahren stand Pankow für den Sitz des Politbüros. Ja, weiß ich. Vielleicht hat Landers aber auch in Pankow gewohnt. Keine Ahnung. Ja, scheißegal. Das kriege ich raus. Jan, Mutti. Schade. Ja, ich wollte nur sagen, dass nachher eine Journalistin vorbeikommt, von einer Illustrierten. Vom Spiegel. Was, Werner? Vom Spiegel. Oh, Fatih sagt, sie ist vom Spiegel. Sie wollen eine Geschichte über erfolgreiche Osler machen. Und da haben sie dich ausgesucht. Sie klang nett. Na ja, bist du wieder nicht da. Aber wir haben ja eigentlich nichts zu verbergen. Tschüssi. Wir kommen dann am Hafengeburtstag. Der Zug kommt 10.52 Uhr am Hauptbahnhof Hamburg an. Ja? Nächsten Sonnastag. Ja? Tschüssi. Spiegel? Ach, ruft doch mal an. Na bitte. Ich bin leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hallo Jan, nächstes Mal Geräte. Gerade war besetzt bei dir. Äh, heute ist die Vernissage meiner Galerie. Es fängt um halb neun an. Du weißt ja, wo. Ich würde mich freuen. Tschüss. Hallo? Und das war sein Zimmer. Hier hat er mit seiner kleinen Schwester Andrea geschlafen. War nicht viel Platz, aber es hat gereicht. Oh, das ist ja süß. Ein Foto von früher. Kann ich das mitnehmen? Also nur damit man eine Vorstellung hat. Das bräuchten wir aber zurück. Selbstverständlich. Was hat der Jan eigentlich damals gelernt? Er hat angefangen zu studieren an der Humboldt-Universität. mit Kulturwissenschaften. Das hat er abgebrochen. Um Discjockey zu werden. Er wollte schnell Geld verdienen. Ja. Was denn? Er ist ein guter Junge, aber er hatte nie Geduld mit irgendwas. Die Modellflugzeuge hier, das war alles nichts für ihn. Es musste schnell gehen. Ich war fast 40 Jahre in einem Betrieb. Kennen Sie Elektrokohle? Natürlich. Und was machen Sie jetzt? Er war dreimal Aktivist. Zweimal. Und Sie? Ich arbeite an der Humboldt-Universität. Aha. Sie ist Sekretärin. Bei der Sektion Kulturwissenschaften. Aber nur noch zweimal die Woche vormittags. Sie hat Jan den Studienplatz besorgt. So kann man das nicht sagen, Werner. Wie denn sonst? Ist Jan eigentlich bei der Armee gewesen? Er war bei den Luftstreitkräften in Neubrandenburg. Aber der hat nie ein Flugzeug von innen gesehen. Aber du, Werner, was? Und die haben Sie alle selbst gebastelt. Das ist ja unglaublich. Ist wirklich toll. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Frau Tyson? Gerne. Und Sie schreiben also über erfolgreiche Ostdeutsche? Genau. Haben Sie eventuell noch Bilder aus seiner Armeezeit? Nur damit man sich eine Vorstellung machen kann. Ja. Kann auch ein Passbild sein. Hm? Ja. Ja, ich weiß. Wir könnten Landers vielleicht blöffen. Ihn unter Druck setzen. Vielleicht gesteht er uns ja seine ganze Geschichte. Ich kenne Grundmann seinen Chef bei den Nachrichten. Es ginge. Oder er findet seinen Führungsoffizier. Wie? Ja, Landers war doch dort bei der Armee, oder? Ja. Neubrandenburg. Da gab es vielleicht zwei oder drei Kasernen. Du musst rauskriegen, in welcher er war. Und dann müssen wir den von der Stasi finden, der dort saß, als Landers seinen Dienst abgeleistet hat. Der hat ihn auch angeworben. Aber die haben doch kein Privatarchiv. Ja, aber der Stasi-Offizier kann sich garantiert an Landers erinnern. Der steht jetzt bestimmt in seinem Trainingsanzug an einem Kiosk irgendwo in Neubrandenburg, trinkt sein Büchsenbier und gibt mit dem berühmten Mann an, den er damals angeworben hat. Wie, Herr Büchsen, so stellst du dir das vor, wie? Genauso. Wie war es bei Landeseitern? Wie bei meinen, wie überall. Eben, Doris. Weiß Reil schon, dass es eine Karteikarte gibt? Garantiert. Ach, scheiße. Na, weiß auch die Spiegeltante. Aber keinen Vorsprung. Nee. Du musst die Karteikarte mitgehen lassen. Da kann sie reichlich dem Spiegel geben. Spinnst du? Wenn das rauskommt, stehe ich vor Gericht und du bist dein Job auch los. Darf er nicht rauskommen? Dann rufen an. Weh? Landers. So viele gibt's ja nicht in Neubrandenburg. War da bei der Armee. Du warst bei der Armee. Komisch, ne? Kann ich mir selbst kaum mehr vorstellen. Hast du Lust, morgen mit mir in Asyl zu fahren? Das ist halt. Und dann... Ich bin mir zu, wenn du. Ich bin mir aus. Dann bin ich. Ja. Das ist halt. Papa? Hier. Ich habe schon ein bisschen auf euch gewartet. Das habe ich befürchtet. Hallo. Wie sind also der Neue? Äh, Jan ist mein Vater Johannes Beer. Papa, Jan Landes. Ist sie auch Anwalt? Hör auf, Papa. Der letzte war nämlich Anwalt. Ja, ja, Papa. Äh, Jan ist Sprecher bei den Nachrichten. Sprecher. Dafür ist es aber ruhig. Guten Tag. Wollen Sie die Nachrichten ansagen? Ich sehe keinen Fern. Es stiehlt nur Zeit. Wollt ihr was trinken? Ist vielleicht ein bisschen früh, oder? Ich glaube, ich nehme was. Ich hatte Whisky. Wunderbar. Wir haben auch. Gehen wir nach oben. Das ist so kein Anwalt. Sehr gut. Wieso? Anwälte leben nicht. Können Sie was mit Kunst anfangen? Ich bemühe mich. Ich versuche das im Erd zu malen. Sowas wie mein letztes Ziel. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Na, redet ihr über Fußball? Ja. Ja. Er war mal Verteidiger beim HSV. Wirklich? Kein guter. Ich kann nichts richtig. Sie haben ein schönes Haus? Das habe ich vom Geld der Brauerei gekauft, die meiner Frau gehörte. Hör auf dich zu bemitleiden. Ich bemitleide mich nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Sollen wir was essen gehen? Sollen wir einen Tisch bestellen? Lass uns hierbleiben. Kühlschrank ist voll. Jan? Ich würde gerne hierbleiben. Wenn Landers in der Zeit im Regiment Gagarin war, hieß sein Führungsoffizier Celewski. Karsten Celewski, Oberstleutnant am Schluss. Als Landers ihn kennenlernte, war er wohl Major oder Hauptmann. Geboren in Berlin, Studium in Moskau. Verheiratet. Keine Kinder. 1969 Umzug nach Neubrandenburg. Das sollte reichen. Celewski, wie man es spricht? Okay, das habe ich. Ich danke dir, Bernhard. Wenn ich dich nicht hätte. Bis bald. Von mir hast du nichts. Ich streite alles ab. Ja, klar doch. Ich gehe hilf- và fluke. Mir wird ruhig, kann ich zumissengriffen. Sphär toll! Das ist noch zu sein. Die Zeit hat Pfarrot gearbeitet. Verwirkliche Visier pigmentare eine Zeit ist. Abatien war nicht. Es tut mir leid. Was? Mein Vater. Ich mag ihn. Ich hätte gerne so einen Vater gehabt. Ich habe ihn. Ich hätte gerne so einen Vater gehabt. Ja, zwei. Der Herr Raschke und eine Dame vor dem Spiegel. Ist gut. Sie werden abgeholt. Frau Theisen, hätten Sie doch ein Wort vorher gesagt, dann hätte ich was vorbereitet. Bitte kommen Sie. Herr Raschke, was gibt es? Ich habe da noch ein paar Fragen. Warten Sie bitte im Besucherzimmer. Das war der Herr Raschke von der Lokalpresse. Ja. Der Typisch, Jan. Der kommt schon noch Puschel. Der kommt immer zu spät. Nur der Anrufbeantworter. Er hat uns total vergessen. Komm, wir gehen zum Hafen. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Es war hier. Panko. Ich habe es doch gesehen. Ich habe es mir rausgeschrieben. Panko. Panko. Was meinen Sie, was mein Chefredakteur sagt, wenn ich ihm damit komme? Ein verschwundenes Panko. Um was Berlin denkt, wenn ich das erzähle. Herr Reichelt? Ja. Herr Raschke von der NRZ wartet im Treppenhaus. Der soll warten. Auf was eigentlich? Der schreibt seinen Jubiläumstext. Jubiläumstext? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich werde das lückenlos aufklären. Das kann ich Ihnen auch nur raten. Na, haben Sie gefunden, was Sie wollten? Warum wollen Sie wissen, dass ich was gesucht habe? Tun wir das hier noch. Wir? Noch 20? Wieso bist du denn so warm? Hm? Süd. Oh. Mhm. Vorwand, Klimaschutz, wo? Noch 10 Sekunden. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Peter Graf, der Vater der Tennisspielerin Steffi Graf. Sag mal, Berner, du kennst doch den Chef von Landers. Diesen Grundmann. Könntest du ihn anrufen oder ein bisschen Druck machen? Du verstehst. Ich komme mir irgendwie nicht weiter. Okay? Ich danke dir. Ach, und noch etwas. Hier treibt sich so ein Provinzjournalist rum. Vermutlich bin ich die Einzige, die an Landers Geschichte dran ist. Dabei stellt Bescheidung und Staatsanwaltschaften... Ich danke dir. Bis bald. Herr Land? Ja, hallo, ich bin's, Bernhard Stürich? Nein? Es ist nur, weil ich gerade eure Nachrichten sehe. Ich wollte dich warnen, gewissermaßen. Dieser Jan Landers, der gerade die Nachrichten liest, also... Eine befreundete Journalistin ist bei Recherchen auf einer Karteikarte gestoßen. Sieht so aus, als war dein Mann I.M. Ja, 99 Prozent. Vom Spiegel. Das können wir nicht sagen, bevor die Akte nicht aufgetaucht ist. Ja. Keine Ahnung, ich dachte nur, es ist besser, wenn du es weißt. Bevor du es aus der Zeitung erfährst. Ja, sollten wir machen. Vielleicht im November. Gut. Also, bis dann. Scheiße! Verdammte Scheiße! Der Frankfurter Holzschutzmittelprozess muss neu aufgerollt werden. Das ist Karl-Heinz Grundmann. Ah. Ja, Karl-Heinz. Was? Landers, wieso? Den sehe ich doch gerade. Wer sagt das? Oh. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr nicht diese Kommission da? Ach so. Ja, dann nimm ihn runter. Nein, nicht jetzt. Lass ihn die Nachrichten zu Ende lesen. Bestell ihn zu dir und nimm ihn runter, bis die Dinge geklärt sind. Wir können uns das nicht leisten. Stell dir mal vor, der liest die Nachricht von seiner eigenen Tarnung vor. Nein, nimm ihn runter. Gut. Keine Erklärung, ja? Nichts. Tschüss. Scheiße. Und das, meine Damen und Herren, das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Wir melden uns wieder mit dem Tagesjournal um 22.30 Uhr. Darin Außenminister Kinkel und die Menschenrechte in China, sowie der beginnende Prozess um den Brandanschlag auf ein Ausländerwohnheim in Solingen. Danke, Jan. Grundmann hat angerufen, sollst du zu ihm kommen. Sofort. Danke dir. Waren Sie bei der Stasi? Ich hatte eben einen Anruf aus dieser Stasibehörde in Berlin, von ganz oben. Es gibt Informationen, dass Sie informeller Mitarbeiter bei der Staatssicherheit waren. Was? Ich habe gerade mit Dr. Stein telefoniert. Wir nehmen Sie aus der Schusslinie. Schusslinie? Wer schießt denn? Der Spiegel zum Beispiel. Spiegel? Der Spiegel wartet auch, dass ich so bedeutend bin? Sie sind nicht bedeutend, Landers. Die Nachrichten sind bedeutend. Das Tagesjournal ist bedeutend. Sie machen eine Pause, bis die Sache geklärt ist. Trinken Sie. Ich bin seit 25 Jahren in dieser Behörde hier. All diese Anscheißereien, Arschkriechereien, die abgebrochenen Karrieren. Der Angstschwester, der da in Ihren Akten steht, all das kenne ich auch von hier. Das sind nicht meine Akten. Darum geht es nicht, Landers. Begreifen Sie. Das sind die Nachrichten, das Allerheiligste. Es gibt bald Intendantenwahlen, das ist Politik. Sollte sich herausstellen, dass das alles ein großer Irrtum ist, was ich hoffe, bin ich der Erste, der Sie wieder für das Tagesjournal vorschlägt. Bis dahin machen Sie Urlaub, Landers. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Erinnern? Was glauben Sie, dass ich irgendwas verdrängt habe, oder was? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich war nicht bei der Stasi. Trinken Sie, Landers. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Warte mal, das Boot, klar. Karin? Karin? Oh, scheiße, Karin, Mensch. Ja? Guten Abend, entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Mein Name ist Doris Theissen. Vom Spiegel. Und was wollen Sie? Ich hätte ein paar Fragen. Wozu? Jan Landers. Was? Jan Landers. Der Nachrichtensprecher. Und was wollen Sie da von mir? Reden. Und was dado. Stimmt's denn? Ich kann mich nicht erinnern Ach komm, Jan, das sagen alle Ich weiß Aber es ist das Einzige, was ich sagen kann Grundmann hat mir gesagt, ich soll mich erinnern Ich versuch's die ganze Zeit Aber ich kann mich ja nicht erinnern Das klingt bescheuert, aber so ist es Was willst du von mir? Absolution? Absolution Du bist meine beste Freundin Beste Freundin, Arschloch Ich will nicht deine beste Freundin sein, du Scheißkerl Heißkerl Ja. Ich hätte dich gern gerettet. Dann rette mich doch. Das kann ich nicht. Ich bin nicht die Frau, von der du dich retten lassen willst. Außerdem will ich auch nicht das Leben, nach dem du dich so sehnst. Was denn für ein Leben? Naja, in dem du alles richtig machst. Es tut mir leid. Ich weiß. Mir auch. Setzen Sie sich. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Packen Sie es bitte weg. Ich muss mich erst mal ordnen. Ist alles lange her. Wir können es noch zusammen ordnen. Was? Wollen Sie auch? In Neubrandenburg? Bei der NVA? Ja, natürlich nicht. Aber ich habe viele Interviews gemacht, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Das mag ja sein. Aber ich bin gern korrekt. Ich will erst gerne meine Aufzeichnung durchsehen. Sie haben Aufzeichnung? Welche Zielrichtung soll denn Ihr ... Ihr Artikel haben? Das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, was Landers gemacht hat. Was steht denn in der Akte? Woher wissen Sie, dass es eine Akte gibt? Haben Sie das nicht vorhin gesagt? Wir haben keine Akte. Ich dachte, dass Sie mir sagen, was drin steht. Was haben Sie denn? Es gibt eine Karteikarte. Das ist nicht viel. Haben Sie Arbeit? Ich dachte, es geht um Landers. Ja, ja. Wir würden Ihren Namen natürlich anonymisieren. Wir könnten auch ein kleines Informationshonorar zahlen. Und was heißt das? 1.000, 2.000 Mark. Das müsste ich erst mal mit meinem Chef besprechen. Ja, dann besprechen Sie das. Ich lese meine Aufzeichnung. Und dann treffen wir uns. Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Das ist Frau Theissen, Karin. Sie will gerade wieder gehen. Glocke. 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 Ja? Oh, Entschuldigung! Äh, Herr Landes? Ja? Er ist Raschke. Thomas Raschke! Von der Neubrand Poorne Allgemeinen Zeitung. Guten Abend! Haben Sie meine Nachricht abgehört? Ja. Ich bin hier Reporter in Neubrandenburg und hier ist ein Gerücht aufgekommen, dass Sie... Ja, ist mir bekannt. Aha, das wissen Sie schon. Gut, es wäre doch sehr günstig, wenn wir uns treffen könnten. Ich will auch nach Hamburg kommen. Und wenn ich komme? Ach, das wäre doch günstiger. Ja, gut, also dann rufen Sie mich doch an, wenn Sie herkommen. Ich hole Sie vom Bahnhof ab. Meine Telefonnummer haben Sie? Ja. Ja? Ja, habe ich. Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann wiederhören. Und, ach, Herr Landers, Kopf hoch. Ja. Gute Nachrichten? Tja, wie man es nimmt und bei Ihnen? Haben Sie mal eine Zigarette? Haben Sie wirklich gedacht, ich sehe Sie nicht? Was suchen Sie hier eigentlich? Ich fürchte dasselbe wie Sie. Weshalb fürchten Sie sich? Ich bin aber die Lokalpresse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, finden Sie nicht? Nehmen Sie mich mit? Zurück in Ihre Stadt? حتempfehle? Ja, da bin ich ja da. Hä? Hm? Hm? Das ist niemand zu holzen. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wannerlanders. Margarete B. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektrokohle. In der Konstruktion? Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn ihr lieber einen Ingenieur gehabt hättet. Das sieht sehr gut aus. Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. War Jan beim Stasi? Bei der Stasi? Es heißt die Stasi, nicht der Stasi. Mein Sohn war nicht bei der Stasi. Woher weißt du das? Meine Mutter weiß das. Das ist die neue Brandenbauer Nacht. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, ist schon beeindruckend. Die Luft ist ja auch sehr gut. Soll ich Ihnen den großen Wagen zeigen? Ich bin die Doris. Ja. Da hat so einen Reporter angerufen bei Jan, als ich neulich da war, von einer Zeitung aus Neubrandenburg, von irgendeiner Stimme oder sowas. Wer war Neubrandenburg? Luftstreitkräfte. Er hat allerdings nie ein Flugzeug von innen gesehen. Hör auf, Werner. Und wo liegt dieses Neubrandenburg? Kennen Sie die 96? Werner. 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 Und wo ist das? 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 Hübsches T-Shirt. Danke. Ich weiß jetzt, wie Sie es zum Spiegel geschafft haben. Mhm. Und wie? Äh, Sie schlafen nicht. Sagen wir mal so. Ich falle nicht ins Koma. Äh, das letzte Nacht, äh, irgendwie was passiert? Die Frage habe ich das letzte Mal in einem Zweimannsheld gehört. Auf Usedom. Und da war ich 18. Naja, manche Dinge erinnern sich nie. Kaffee? Gerne. Ähm, entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich hatte noch keine Gelegenheit zur Morgentoilette. Mhm. Mhm. Ich bleib nicht zum Frühstück. Ich habe nur eine Verabredung. Ich auch. Ich frage mich, ob Sie wissen, wo die Karteikarte von Jan Landers abgeblieben ist. Dem Nachrichtensprecher? Mhm. Willkommen in Neubrandenburg. Ich bin Thomas Raschke. Hallo. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch. Ich komme mir vor wie in einem Agentenfilm. Was machen wir jetzt? Sie haben sicherlich nicht gefrühstückt. Lassen Sie uns in die Bahnhofskaststätte gehen. Ich erzähle Ihnen alles. Und danach können wir doch in Ihr Altersregiment fahren. Kristall. Kohleleit. Wollen wir nicht. Dann nehme ich ein Wasser. Selter. Selter. Keine Limone, kein Eis. Was? Ah, nichts. Bring Sie einfach eine Selter. Ja? Ich habe die Karte, die Sie als IM führt. Aber ich war kein IM. Naja, es gibt Beispiele. Wir wollen die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann auch IM werden. Aber das war eher selten. Und was kann ich tun, um zu beweisen, dass ich genau so ein Fall war? Sie müssten Ihre Akte finden. Oder? Oder? Oder Sie müssten sich erinnern. Prost. So. Doris Theissen vom Spiegel. Wir haben uns gestern Abend schon gesehen. Gestern Abend? Ja. Ist schon gut, Karinchen. Kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie was trinken? Ein Café vielleicht, ja? Danke. Gut. Also, ich habe jetzt den Umschlag dabei. Da sind 1500 Mark drin. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Ich lege ihn hier auf den Tisch. Lass ihn ja auch liegen. Und komme den Morgenvormittag nochmal vorbei und stimme mit Ihnen den Text ab. Bringe dann nochmal 1500, ja? Ich werte das mal als ein Ja. Wann haben Sie Jan Landers kennengelernt? Erinnern Sie sich an die Stadt? Kaum. Ich bin ja immer in der Dunkelheit angekommen. Manchmal war ich betrunken. Ich hatte kaum Urlaub, kaum Ausgang. Ein, zwei Mal waren wir in einer... Wie hieß die? Bauarbeitergaststätte, glaube ich. Na ja, die ist in der Oststadt. War ich auch manchmal. Vielleicht haben wir uns ja damals gesehen. Seit Jahren alter. Ich war so gut wie nie in der Stadt. Kam mir alles dunkler vor, verlassener. Wie lange waren Sie hier? Anderthalb Jahre. Oh, ich muss tanken. Ach, war doch noch nicht nötig. Anzeige muss kaputt sein. Das war der Appellplatz. Da drin standen die Hubschrauber. Da waren unsere Unterkünfte und dahinter in so einer alten Villa saß die Regimentsführung. Komisch. Ist alles wieder da? Ja. Wissen Sie, eigentlich war das eine furchtbare Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, ich verschenke meine Jugend. Ich dachte, wenn ich hier rauskomme, bin ich ein alter Mann. Ich war 21, als ich hier rauskam. Ein Witz aus heutiger Sicht. Was haben Sie dann gemacht? Studiert. Kulturwissenschaften. Berlin oder Leipzig? Berlin. Was wollen Sie eigentlich schreiben? Weiß ich noch nicht. Man hat mir gesagt, die vom Spiegel wären an der Geschichte dran. Ja, sind sie auch. Haben doch nichts gefunden. Es hat gereicht, mich vom Sender zu nehmen. Wer hat Sie vom Sender genommen? Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber reden sollte. Sie müssen mir nicht trauen, aber wer kann Ihnen helfen? Ich bin zwar nicht der Spiegel, aber ich kenne mich in Neubrandenburg aus. Dann was soll ich jetzt machen? Ein Croissant und ein Milchkaffee, bitte. Nein, Wasser bitte still. Kein Eis, keine Limone. Ich finde das sehr anständig von dir, dass du mir hilfst. Anständig? Na ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist mir nicht leicht gefallen, dich anzurufen. Ich kenne nicht viele Anwälte, also gute Anwälte. Und ich vertraue dir. Es ist mir auch nicht leicht gefallen, zu kommen. Ich liebe dich nämlich. Martin. Na, wie auch immer. Der Fall von deinem Land, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es geht gar nicht um die DDR-Zeit. Hat er jemals beim Sender unterschrieben, nicht für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben? Keine Ahnung. Lieber auf den ersten Blick? Martin. Okay. Du musst ihn fragen, was er unterschrieben hat. Wenn er keine falschen Angaben gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gemacht hat, haben die überhaupt keine Chance, ihn zu entlassen. Aber das ist ja wunderbar. Sag ihm, er soll auf keinen Fall mit irgendwelchen Journalisten reden. Er muss das intern klären. Nur so können alle ihr Gesicht wahren. Du bist ein Schatz. Hm. Kommt Ihnen da irgendein Name bekannt vor? Wieso? Na, sagen wir mal so. Der Spiegel fand ihn interessant. Krausnick, Schmid, Krüger, Zielewski, Bilde. Keine Ahnung. Das ist 13 Jahre her. Irgendwas müssen Sie doch erinnern. Sie haben 18 Monate Ihres Lebens hier verbracht. Dann war dieser Oberferenrich. Tag. Tag. Lau. Richtig, lau. Mein Zugführer, Major Lange hieß der. Der versoffene Sack. Sehen Sie, ist doch was. Hören Sie zu, Jungmann. Ich habe jetzt ein Geschäft. Ich will nicht in die alten Geschichten hineingezogen werden. Man soll es ruhen lassen. Es verstößt meine Klienten. Klienten? Sie haben ja eine Fahrstuhl, keine Anwaltskanzlei. Hör zu, Jungmann. Noch so ein Spruch, du fliegst hier achtkantig raus. Wenn du nicht so eine bekannte Visage hättest, hätte ich überhaupt kein Wort mit dir geredet. Also es tut mir leid, aber ich habe auch ein Geschäft, wenn Sie so wollen. Ich habe auch was zu verlieren. Ich kann die alten Geschichten nicht ruhen lassen. Und Major Langer kann ich nicht mehr fragen, der hat sich vor einem Jahr totgesoffen. Also Sie sind meine letzte Hoffnung. Also gut. Gib mir deine Handynummer. Ich sehe zu, was ich machen kann. Vielleicht rufe ich immer dann. Vielleicht auch nicht. Danke. Von mir hast du nichts gehört. Klar? Wegtreten. In welchem Stadtbezirk haben Sie Berlin eigentlich gewohnt? Lichtenberg. Sonst noch irgendwo? Ich bin in Mitte geboren. Charité. Warum? Na ja, Ihr Deckname war Panko. Ich hatte einen Decknamen? Können Sie mich an einem Hotel absetzen? Ich bringe Sie in eine gemütliche Familie in Pension. Das Hotel ist ja nichts für Sie. Ja, sehr schön. Wer ist denn die Frau da? Landers Kirsche. Margarete Beer. Beer wie Bier-Beer. Die ist millionenschwer. Ja, super. Tom, reicht das alles? Ich denke, ja. Wir haben die Karteikarte. Wir haben die Fotos. Wir haben die ehemaligen Offiziere. Er sagte, er ist von den Nachrichten suspendiert worden. Und der Spiegel ist auch nicht ohne Grund hinter ihm her. Schaffst du den Text bis morgen? Dann bringen wir ihn in der Wochenende-Ausgabe. Hast einfach mehr Platz. Ja, ich weiß nicht, was die Teysen noch hat. Aber der Spiegel kommt erst Montag. Wir sind in jedem Fall früher. Ganz genau. Schreib's auf, Kisch. Und? Frau Theissen, ich habe mich der Sache Pankow persönlich angenommen. Ja, das will ich hoffen. Haben Sie die Karte? Das leider nicht. Das ist mir nach wie vor unerklärlich. Aber glücklicherweise hatte ich mir die Aktennummer notiert. Wir bereiten nämlich alle Akten sukzessive auf die elektronische Erfassung vor. Das ist ein aufwändiger Prozess. Dazu werden die Akten zeitweise aus den herkömmlichen Archiven herausgenommen. Mit anderen Worten. Ich habe die Akte Pankow in der Erfassungsabteilung sicherstellen können. Sie haben Landers-IEM-Akte? Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine Kopie anzufertigen. Gut. Hier ist Carsten Selewski. Herr Landers, ich kenne Ihre Geschichte. Ich habe Sie mitgeschrieben, wenn man so will. Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut. Dazu ist es zu spät. Aber ich möchte Ihnen wenigstens erzählen, worum es ging. Ich werde Sie morgen früh exakt 7 Uhr aufnehmen. Ich fahre einen roten Lader. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, informieren Sie diesen Schmierfink von der NAZ nicht darüber. 7.00 morgen früh. 8.00 Uhr So, hier sind wir sicher. Wovor? Vom Feind? Wenn Sie so wollen. Das ist doch paranoid. Was denken Sie? Ich bestimme die Spielregeln. Sie erinnern sich nicht an mich? Nee. Na, ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Wenn Sie nicht so bekannt geworden wären, hätte ich mich auch nicht an Sie erinnert. Wir haben damals über Filme und Musik geredet. Warum? Sie waren Discjockey. Das war der Ansatz. Ja, und? Was wollten Sie von mir? Wir wollten Sie gewinnen, bei uns mitzuarbeiten. Was sonst? Ich war doch das Gegenteil von einem zuverlässigen Mitarbeiter. Ich habe mein Studium geschmissen, ich habe mich für Musik interessiert, für Mädchen. Ich hätte ja doch nie freiwillig mitgemacht. Die wenigsten wollten das, zunächst. Es war ja schwer, die persönlichen Interessen und gesellschaftlichen Interessen zusammenzubringen. Da musste man oft ein bisschen nachhelfen. Und wie wollten Sie mich zwingen? Jeder macht Fehler. Sie haben in irgendeiner Diskothek, bei der ein Mitarbeiter von uns dabei war, ein Lied gespielt, das verboten war. Wir haben Ihnen gedroht, die Lizenz zu entziehen. Das ging Sie doch gar nichts an. Doch, doch, doch. Das war meine Aufgabe. Mein Leben zu zerstören, oder was? Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Das ist doch krank, ey. Der ist doch vollkommen krank. Es ist völlig unmöglich, dass ich bei Ihnen mitgemacht habe. Sie waren zugänglich. Habe ich notiert damals. Offen für die Sache. Vielversprechend. Mein Deckname war Panko, sagt dieser Raschke. Wie sind Sie denn ausgerechnet auf Panko gekommen? Es ging um dieses verbotene Lied vom Udo hier, vom Udo Lindenberg, das Sie gespielt haben. Mädchen aus Ost-Berlin. So ein ganz heißes Mädchen aus Panko. Lindenberg war doch erlaubt. Gab doch sogar eine Amiga-Platte. Mal war erlaubt, mal nicht. In dem Jahr offenbar nicht. Und Mädchen aus Ost-Berlin. War immer verboten. Habe ich was unterschrieben? Darum geht's ja gar nicht. Doch, Mann, genau darum geht es. Habe ich was unterschrieben? Reiß nicht zusammen, Mann. Der Nachrichtensprecher Jan Landers trifft in Neubrandenburg seine Vergangenheit. Neubrandenburg im Oktober. Sein Gesicht passt nicht mehr hierher. Es ist das Gesicht eines Nachrichtensprechers. Es sieht glatt aus, so glatt, dass es nicht von der Nachricht ablenkt. Das Gesicht gehört Jan Landers. Dieses Gesicht passt nur vor dem blauen Hintergrund Deutschlands berühmtester Nachrichtensendung. Aber jetzt bewegt sich das Gesicht vor dem Plattenbaut Neubrandenburgs. Dort passt es nicht hin. Das Gesicht passt nicht hin. Das war's für heute. Soll ich Sie ein Stück mitnehmen? Wenn Sie nach Hamburg fahren? Steigen Sie ein! Guten Tag, Frau Selewski. Das mit der Versicherung, das macht alles in meinem Mann. Herr Selewski? Herr Selewski? Herr Selewski? Herr Selewski? Herr Selewski? Herr Selewski? Absolut starker Text, Tom. Damit greifen wir Schwerin an, ja? Wir haben einen Selbstmord in der Oststadt. Du machst eine Meldung im Lokalteil. Richtig gut. Sie sind der Chefredakteur, Herr Frenzen. Ich würde mich an Ihrer Stelle mehr als besorgt fragen, wo Ihr Reporter die Karteikarte herbekommen hat. Sie können sich sicher vorstellen, dass es einigen Wirbel verursacht, wenn, sagen wir mal, der Spiegel darüber berichtet, dass die Neubrandenburger Allgemeine Zeitung einen Mitarbeiter beschäftigt, der Dokumente aus einer staatlichen Behörde stehen lässt. Ich werde meinen Behördenleiter in Neubrandenburg aus diesem Grunde absetzen. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie jemanden entlassen. Aber ich verlasse mich hier voll auf Ihr journalistisches Ehrgefühl. Die bringen nichts. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer, Doris. Sind die Lokalausgaben schon weg, Ralf? Ja, Templin ist raus. Taugenlos steht noch auf dem Hof. Stoppen! Ja, und dann? Wir tauschen Seite 3 aus. Waschgeber Landers. Ja, geht nicht anders. Ich stelle irgendwas rein und schicke 2.000 neue Zeitungen nach Templin. Verspätung erklären wir morgen. Wir haben ja noch so ein Berti-Fuchts-Porträt. Berti-Fuchts? Ja. Das nehmen wir. Lesen die Leute sowieso lieber als diese Stasi-Scheiße. Genau. Eigentlich schreiben wir doch mal dasselbe. Eigentlich schreiben wir doch mal dasselbe. Ja. 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 Liebe Karin, du schläfst schon, aber ich weiß nicht, ob du mir zugehört hättest, wenn du wach gewesen wärst. Wir haben ja nicht mehr so viel geredet in den letzten Jahren. Ich habe versagt. Ich hätte dir gerne ein besseres Leben geboten. Ich kann nicht. Die Frau vom Spiegel war doch hier, weißt du. die hat mir 3.000 Mark geboten, wenn ich jemanden verrate, jemanden von früher. Ich habe es fast gemacht. Für beschissene 3.000 Mark. Ich würde es tun. Sie ist jetzt unterwegs zu mir. Sie lässt nicht locker. Ich kann nicht mehr. Ich bin für diese Zeiten nicht gemacht. Alles ist zu schnell für mich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich sehe nachts alte Filme, sie sind so langsam wie ich. Das Scheißgeld. Entschuldige aber dieses Scheißgeld. Ich habe meine Seele verkauft. Mein Leben ist sinnlos. Was ist mit uns passiert? Ich liebe dich. Du warst so schön. Trink nicht so viel. Dein Karsti. P.S. Bitte sagt der Spiegelfrau. Der Junge hat nichts gemacht. Lieber Herr Landers, wir kennen uns nicht, jedenfalls nicht persönlich. Ich bin Reporterin für den Spiegel und habe vor kurzem ihre Stasi-Akte beantragt, weil ich eine Geschichte über erfolgreiche Ostdeutsche schreiben wollte. Das klingt unlogisch, aber so war es. Ich habe die Geschichte nie geschrieben. Sie hat von Anfang an nicht gestimmt und nur Unglück gebracht. Wie auch immer. Anbei die Kopie ihre Akte. Ich habe keine Verbindung mehr dafür. Und belastendes steht ja sowieso nicht drin. Viele Grüße, Doris Theissen. Was wichtig ist, Schatz? Werbung. Ist nur Werbung. Vor zwei Jahren waren es 25% und knapp 60% in Ost und West sagen, dass es ihnen besser geht als noch vor zehn Jahren. Herr Raschke, schön, dass Sie da sind. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Sie sind ja der erste Journalist, den wir unsere neu gestaltete Behörde vorstellen. Der allererste. Ja. Meine Frau Wolters, das ist Herr Raschke von der NRZ. Guten Tag, Frau Wolters. Guten Tag, Herr Raschke. Ich mag Ihre Artikel sehr, wenn ich... Ja, Frau Wolters. Herr Raschke. Machen Sie uns den schönen Kaffee, Frau Wolters. Oh, danke. Das ist mein Reich. Hier ist praktisch nichts verändert worden. Und da saß also... Generalmajor Günther Bürger, richtig. Leiter der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Das war sein Schreibtisch, sein Stuhl, elektrischer Bleistiftanspitzer. Sogar die beiden Gummibäume sind noch von meinem Vorgänger. Vorgänger? Hast du Lust, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Aber nicht wie in so einen dänischen Schwarz-Weiß-Film, wie neulich mit dem Hund. Das war ein Spanischer. Nichts Spanisches, nichts Dänisches. Ich hab's gerade gehört, alles Gute. Hm. Ich bin überzeugt davon, dass Sie genau der richtige Mann sind. Danke. Fünf Jahre deutsche Einheit und ein ostdeutscher Einkommen? Sehr gut. Auch politisch find ich das wichtig. Politisch? Ja, als Signal für die Leute in den neuen Ländern. Habt ihr irgendwie ne Kurzsprache? Komm schon. Wenn's Brandstein weiß, wir sind's eh alle. Außer mir. Ich soll das Tagesjournale da nehmen. Oh. Was meinst du damit? Womit? Oh. Was soll das heißen? Oh. Jan übernimm dich, meine ich? Nee, das machst du schon. Das versteh ich nicht. Seit zwei Jahren erzählst du mir, dass ich immer nur Sachen vom Blatt ablese, die andere Leute mir aufschreiben. Sag bloß, du richtest dich nach mir. Ja. Klar, mach ich auch. Hm? Du bist der wichtigste Mensch, den ich hier habe. Ich freu mich auch für dich. Es ist nur so, als würdest du immer alles zur rechten Zeit machen. Und was ist daran schlecht? Ich weiß nicht. Es ist unheimlich. Die richtigen Bilder, der richtige Wein, der richtige Job, die richtige Frau. Erster Chef war ein gewisser Leutnant Gröschner. Und 1986 übernahm dann General Mario Bürger die Verwaltung und ... Entschuldigen Sie bitte, Herr Reichelt, der Bote. Der Bote. Der Bote aus Berlin. Da kriegen Sie gleich mal einen ordentlichen Eindruck, wie das bei uns lang läuft. Bisschen was Lebendiges für Ihren Bericht. Der Bote. Ja? Sie erwähnten den Boten aus Berlin. Richtig. Er kommt einmal in der Woche und überbringt uns die Rechercheaufträge aus der Zentrale. Wenn nämlich Leute für eine gewisse Zeit ihres Lebens Neubrandenburg wohnten, dann wurden sie gewöhnlich von hier übernommen. Ihre Akte liegt dann bei uns und Berlin bittet uns gelegentlich die Lücken aufzufüllen. Warum sollte jemand ein Teil seines Lebens Neubrandenburg verbringen? Als Berliner. Da gibt es die verschiedensten Gründe. Wir haben ein großes Berufsausbildungszentrum, einen guten Sportclub. Die Armee. Richtig. Mal sehen, was wir heute haben. Der Bote wartet im Leseraum. Sie müssen da noch abzeichnen. Richtig. Sie entschuldigen mich bitte. Herr Raschke. Ihr Artikel über unseren Ministerpräsidenten, das war, also wenn ich das sagen darf, ich habe den verschlungen. Danke. Hätten Sie vielleicht ein Aspirin für mich? Ich könnte im Sanitätsraum nachfragen. Ich könnte im Sanitätsraum nachfragen. Ich könnte vorwoll das. Ich könnte vorwoll das. Italienische Archivsysteme. Vollautomatisch. Die haben die nicht mal in Berlin. Oh. Bitte. Sie sind dein Schatz. Eine Erkältung? Nichts aus. Sieht hier noch ganz blass aus. Danke. Der Blick ist unverbaubar. Gesamtfläche 186 Quadratmeter. Das Dachdeck, das gemeinsam genutzt wird, hat 400 Quadratmeter. In der ersten Etage befindet sich das Fitnesscenter, der Indoorpool und Wohn- und Arbeitsbereich des Caretakers. Caretaker? Hausmeister. Ah, verstehe. Wie viele Stellplätze in der Tiefgarage brauchen Sie? Wie viele könnte ich denn haben? Drei. Drei. Maximal drei. Wozu braucht jemand drei Stellplätze? Drei Autos, nehme ich an. Wir erwarten in diesem Gebäude sehr individuelle Mieterpersönlichkeiten mit eigenen Vorstellungen. Sie haben alle Freiheiten nur für den Küchen- und Sanitärtrakt unterliegen wir gewissen Beschränkungen. Bedingt durch die Strangstruktur. Strangstruktur. Oh. Frau Beer, Sie sind einen Tick zu früh. Ich weiß. Der Blick ist unverbaubar. Ich weiß. In Kanute, eine Leichtathletin und dann die Zalanders von den Nachrichten. Und der ist Neubrandenburg? Ne, der war hier bei der Armee. Hätte ich ja nicht gedacht, dass Zalanders ein häuslich ist. Warum nicht? War er lesen dann? Hör so auf mit dem Scheiß. Dass er häuslich ist, ist natürlich viel besser als unsere Geschichte, ja? Ich weiß nicht, ob eine Geschichte gibt. Sogar ich glaube, bei der Stasi war. Ich weiß auch nicht, wann der Spiegel ihn überhaupt angefragt hat. Wissen Sie, wer den Antrag gestellt hat? Ne, Doris Theisen. Theisen. Das ist ein Bluthund. Sie hat meine Geschichte über Stasi und Sport gemacht. Es war nicht fein. Obwohl sie sich selber aussie ist. Alle sind die Schlimmsten. Wir müssen auf jeden Fall vorher rauskriegen, ob da was dran ist. Es wäre natürlich genial. Nachrichten, Staatssicherheit. Mann, es wäre eine Riesengeschichte. Damit greifen wir Schwerin an. Vielleicht sogar Rostock. Raschke. Und Sie holen sich endlich Ihren Preis. Erfolgreicher Ostler, ja? Das wäre nicht meine Idee. Na, dein Chef mag diese Geschichten. Ich weiß. Ja, leider. Aber vielleicht ergibt sich ja was. Vorne hat mich so ein eifriger Behördenleiter aus Neubrandenburg angerufen. Ach, Reichelt. Genau. Er klang ein bisschen überdreht. Ja. Der Mann hat ja modernere Archivmaschinen angeschafft, als wir ja haben. in Neubrandenburg, dem KUKAF. Der ruft ja täglich halt. Ich lasse ihn manchmal gar nicht mehr durchstellen. Was sagt er denn? Er hat nur bestätigt, dass die Anfragen da sind, und dass ich in drei Tagen eine Antwort bekomme. Das ist schnell. Wen hat er denn? Zwei Sportler und diesen Landers von den Nachrichten. Ach, ich hätte gar nicht gedacht, dass der Ostler ist. Ja, ich auch nicht. Und das finde ich interessant. Egal, ob er bei der Stasi war oder auch nicht. Und außerdem ist er aus Lichtenberg. Er hat ganz bei mir in der Nähe gewohnt. Du schreibst immer nur über dich selbst. Stimmt. Ich mag Wasser. Willst du deshalb hierher ziehen? Vielleicht. Ich ziehe bei meinem Freund aus. Aha. Und du? Ich suche. Ich wohne seit zwei Jahren in Hamburg. Ich wollte immer mal eine Einbrangsparty schmeißen, aber habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich glaube, es liegt an der Wohnung. Ich habe keine Lust, irgendjemanden einzuladen. Was ist mit der Wohnung? Sie ist ein Übergang. Irgendwie wollte ich nie, dass jemand sie sieht. Ich bin hier ausgezogen, weil ich nicht wusste, ob ich zurück nach Berlin gehe. Lebt deine Familie da? Mhm. Meine Eltern mit meiner Schwester. Was machen die? Mein Vater ist Konstrukteur. Meine Mutter arbeitet an der Uni. Sie hat sich schon vor 20 Jahren von ihm scheiden lassen sollen. Ah, und meine Schwester ist mit einem Idioten verheiratet. Hast du Geschwister? Nee. Und deine Eltern? Meine Mutter ist gestorben, mein Vater, schwer zu sagen. Er malt, also versucht zu malen. Er lebt auf Sylt, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ein bisschen sonderbar, aber ich liebe ihn sehr. Also dann. Stand da übrigens vorher nicht ganz zufällig da. Ich hab mir gedacht, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern und ich muss die Initiative übernehmen. Die für die einen einigen. Ach, dich schüchtern. Lass mich mit eurem mit echten. Ich stelle stelle stelle. Ich deinem mit echten Weg. Doch, ich schlau. Gott, stelle stelle. Ich schlau. Ich schlau. Ich schlau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst die Karteikarte mitgehen lassen. Da kann sie reichlich dem Spiegel geben. Spinnst du? Wenn das rauskommt, stehe ich vor Gericht und du bist dein Job auch los. Darf ich nicht rauskommen? Dann rufen an. Wen? Landers. Mieke! Komm her! Komm her! Du! So viele gibt es ja nicht in Neubrandenburg. Oder bei der Armee. Du warst bei der Armee. Komisch an. Kann ich mir selbst kaum mehr vorstellen. Hast du Lust, morgen mit mir nach Sylt zu fahren? Sylt. Underdacht? Komm her��고. Ja. Papa? Hier. Ich habe schon ein bisschen auf euch gewartet. Das habe ich befürchtet. Hallo. Wie sind also der Neue? Äh, Jan ist mein Vater Johannes Beer. Papa Jan Landes. Ist sie auch Anwalt? Hör auf, Papa. Der letzte war nämlich Anwalt. Jaja, Papa. Äh, Jan ist Sprecher bei den Nachrichten. Sprecher. Dafür ist es aber ruhig. Guten Tag. Wollen Sie die Nachrichten ansagen? Ich sehe keinen Fern. Es stiehlt nur Zeit. Wollt ihr was trinken? Ist vielleicht ein bisschen früh, oder? Ich glaube, ich nehme was. Ich hatte Whisky. Wunderbar. Wer haben? Noch? Gehen wir nach oben. Also, kein Anwalt. Sehr gut. Wieso? Anwälte leben nicht. Können Sie was mit Kunst anfangen? Ich bemühe mich. Ich versuche das mehr zu malen. Sowas wie mein letztes Ziel. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. Na, redet ihr über Fußball? Ja. Er war mal Verteidiger beim HSV. Wirklich? Kein guter. Ich kann nichts richtig. Sie haben ein schönes Haus? Das habe ich vom Gelder Brauerei gekauft, die meiner Frau gehörte. Hör auf, dich zu bemitleiden. Ich bemitleide mich nicht. Bin zufrieden mit meinem Leben. Sollen wir was essen gehen? Sollen wir einen Tisch bestellen? Lass uns hierbleiben. Kühlschrank ist voll. Jan? Ich würde gerne hierbleiben. Wenn Landers in der Zeit im Regiment Gagarin war, hieß er ein Führungsoffizier Celewski. Karsten Celewski. Oberstleutnant am Schluss. Als Landers ihn kennenlernte, war er wohl Major oder Hauptmann. Geboren in Berlin, Studium in Moskau. Verheiratet. Keine Kinder. 1979 Umzug nach Neubrandenburg. Das sollte reichen. Celewski, wie man es spricht? Okay, das habe ich. Ich danke dir, Bernhard. Wenn ich dich nicht hätte. Bis bald. Von mir hast du nichts. Ich streite alles ab. Ja, klar doch. Ja, klar doch. Musik Tut mir leid. Was? Mein Vater. Ich mag ihn. Ich hätte gerne so einen Vater gehabt. Ich hab ihn. Guten Tag, Doris Theissen vom Spiegel. Ich möchte gern Behördenleiter Reichelt sprechen. Guten Tag, Sie sind angemeldet? Gewissermaßen schon, ja. Und Sie, Herr Raschke? Ich auch gewissermaßen angemeldet. Raschke, von der Nutz. Ja, Frau Wolters, hier sind zwei Herrschaften von der Presse. Zwei. Der Herr Raschke und eine Dame vom Spiegel. Ist gut. Sie werden abgeholt. Frau Theissen, hätten Sie doch ein Wort vorher gesagt, dann hätte ich was vorbereitet. Bitte kommen Sie. Herr Raschke, was gibt es? Ich hab da noch ein paar Fragen. Warten Sie bitte im Besucherzimmer. Das war der Herr Raschke von der Lokalpresse. Der Typisch, Jan. Der kommt schon nach Puschel. Der kommt immer zu spät. Nur der Anrufbeantworter. Er hat uns total vergessen. Komm, wir gehen zum Hafen. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Es war hier. Panko. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's mir rausgeschrieben. Panko. Panko. Was meinen Sie, was mein Chefredakteur sagt, wenn ich ihm damit komme? Ein verschwundenes Panko. Um was Berlin denkt, wenn ich das erzähle. Herr Reichelt? Ja. Herr Raschke von der NAZ wartet im Treppenhaus. Der soll warten. Auf was eigentlich? Der schreibt seinen Jubiläumstext. Jubiläumstext? Ja. Ich versteh das nicht. Ich werde das lückenlos aufklären. Das kann ich Ihnen auch nur raten. Na, haben Sie gefunden, was Sie wollten? Oder wollen Sie wissen, dass ich was gesucht habe? Tun wir das nicht immer. Wir? Noch 20? Wieso bist du denn so braun? Hm? Süd. Oh. Mhm. Vorwarnung, Klimaschutz, wo? Noch 10 Sekunden. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Peter Graf, der Vater der Tennisspielerin Steffi Graf. Sag mal, Bernhard, du kennst doch den Chef von Landers. Diesen Grundmann. Hm? Könntest du ihn anrufen oder ein bisschen Druck machen? Du verstehst. Ich komme hier irgendwie nicht weiter. Okay? Ich danke dir. Ach, und noch etwas. Hier treibt sich so ein Provinzjournalist rum. Ich vermute, ich bin nicht die Einzige, die an Landers Geschichte dran ist. Mhm. Ich danke dir. Bis bald. Ja, hallo, ich bin's, Bernhard Stürich. Nein? Es ist nur, weil ich gerade eure Nachrichten sehe. So. Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn ihr lieber einen Ingenieur gehabt hättet. Das sieht sehr hilfreich aus. Herr, Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. War Jan beim Stasi? Bei der Stasi. Es heißt die Stasi, nicht der Stasi. Mein Sohn war nicht bei der Stasi. Woher weißt du das? Meine Mutter weiß das. Hm? Das ist die neue Brandenbauer Nacht. Habe ich dir zu viel versprochen? Ja, ist schon beeindruckend. Luft ist ja auch sehr gut. Soll ich Ihnen den großen Wagen zeigen? Ich bin die Doris. Ja. Da hat so ein Reporter angerufen bei Jan, als ich neulich da war, von einer Zeitung aus Neubrandenburg, von irgendeiner Stimme oder sowas. Wer war Neubrandenburg? Luftstreitkräfte. Er hat allerdings nie ein Flugzeug von innen gesehen. Hör auf, Werner. Und wo liegt dieses Neubrandenburg? Kennen Sie die 96? Werner. Werner. Und wie du siehst. Hübsches T-Shirt Danke Ich weiß jetzt, wie Sie es zum Spiel geschafft haben Und wie? Sie schlafen nicht Sagen wir mal so Ich falle nicht ins Koma Äh, das letzte Nacht, äh Irgendwie was passiert? Die Frage habe ich das letzte Mal in einem Zwei-Mann-Zelt gehört Auf Usedom Und da war ich 18 Naja, manche Dinge erinnern sich nie Kaffee? Gerne Ähm Entschuldigen Sie mich, einen Moment Ich hatte noch keine Gelegenheit zur Morgentoilette Ja Mhm Ich bleib' nicht zum Frühstück. Ich hab' nur eine Verabredung. Ich auch. Ich frage mich, ob Sie wissen, wo die Karteikarte von Jan Landers abgeblieben ist. Dem Nachrichtensprecher? Mhm. Willkommen in Neubrandenburg. Ich bin Thomas Raschke. Hallo. Ich weiß, es ist komisch, aber ich komme mir vor wie in einem Agentenfilm. Was machen wir jetzt? Sie haben sicher noch nicht gefrühstückt. Lassen Sie uns in die Bahnhofskaststätte gehen. Ich erzähl Ihnen alles und danach können wir doch in Ihr Altersregiment fahren. Kristall. Cola Light. Wollen wir nicht. Dann nehme ich ein Wasser. Selta. Selta. Keine Limone, kein Eis. Was? Ah, nichts. Bring Sie einfach eine Selta. Ja? Ich hab' die Karte, die Sie als IM führt. Aber ich war kein IM. Na ja, es gibt Beispiele, da wurden die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann noch IM werden. Aber das war eher selten. Und was kann ich tun, um zu beweisen, dass ich genau so ein Fall war? Sie müssten Ihre Akte finden, oder? Oder? Oder Sie müssten sich erinnern. Prost. So. Lois Tyson vorm Spiegel. Wir haben uns gestern Abend schon gesehen. Gestern Abend? Ja. Ist schon gut, Karinchen. Kommen Sie ein. Danke. Wollen Sie was trinken? Ein Café vielleicht, ja? Danke. Gut. Also, ich habe jetzt den Umschlag dabei. Da sind 1500 Mark drin. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Ich leg ihn hier auf den Tisch. Lass ihn hier auch liegen. Dann kommen wir morgen Vormittag noch mal vorbei und stimmen mit Ihnen den Text ab. Bring ihn dann noch mal 1500, ja? Ich werte das mal als ein Ja. Wann haben Sie Jan Landers kennengelernt? Erinnern Sie sich an die Stadt? Kaum. Ich bin ja immer in der Dunkelheit angekommen. Manchmal war ich betrunken. Ich hatte kaum Urlaub, kaum Ausgang. Ein, zwei Mal waren wir in einer... Wie hieß die? Bauarbeitergaststätte, glaube ich. Naja, die ist in der Oststadt. War ich auch manchmal. Vielleicht haben wir uns ja damals gesehen. Sind ja ein Halter. Ich war so gut wie nie in der Stadt. Kam mir alles dunkler vor, verlassener. Wie lange waren Sie hier? Anderthalb Jahre. Oh, ich muss tanken. Ach, war doch noch nicht nötig. Anzeige muss kaputt sein. Das war der Appellplatz. Da drin standen die Hubschrauber. Da waren unsere Unterkünfte und dahinter in so einer alten Villa saß die Regimentsführung. Komisch. Ist alles wieder da? Ja. Wissen Sie, eigentlich war das eine furchtbare Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, ich verschenke meine Jugend. Ich dachte, wenn ich hier rauskomme, bin ich ein alter Mann. Ich war 21, als ich hier rauskam. Ein Witz aus heutiger Sicht. Was haben Sie dann gemacht? Studiert. Kulturwissenschaften. Berlin oder Leipzig? Berlin. Was wollen Sie eigentlich schreiben? Weiß ich noch nicht. Man hat mir gesagt, die vom Spiegel wären an der Geschichte dran. Ja, sind sie auch. Haben doch nichts gefunden. Es hat gereicht, mich vom Sender zu nehmen. Wer hat Sie vom Sender genommen? Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber reden sollte. Sie müssen mir nicht trauen, aber ich kann Ihnen helfen. Ich bin zwar nicht der Spiegel, aber ich kenne mich in Neubrandenburg aus. Und was soll ich jetzt machen? Ein Croissant und ein Milchkaffee, bitte. Nein, Wasser bitte still. Kein Eis, keine Limone. Ich finde das sehr anständig von dir, dass du mir hilfst. Anständig? Naja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist mir nicht leicht gefallen, dich anzurufen. Ich kenne nicht viele Anwälte, also gute Anwälte. Und ich vertraue dir. Es ist mir auch nicht leicht gefallen zu kommen. Ich liebe dich nämlich. Martin. Na, wie auch immer. Der Fall von deinem Land, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es geht gar nicht um die DDR-Zeit. Hat er jemals beim Sender unterschrieben, nicht für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben? Keine Ahnung. Liebe auf den ersten Blick. Martin. Okay. Du musst ihn fragen, was er unterschrieben hat. Wenn er keine falschen Angaben gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gemacht hat, haben die überhaupt keine Chance, ihn zu entlassen. Aber das ist ja wunderbar. Sag ihm, er soll auf keinen Fall mit irgendwelchen Journalisten reden. Er muss das intern klären. Nur so können alle ihr Gesicht wahren. Du bist ein Schatz. Kommt Ihnen da irgendein Name bekannt vor? Wieso? Sag mal so, der Spiegel fand ihn interessant. Krausnick, Schmidt, Krüger, Zielewski, Bilde. Keine Ahnung. Das ist 13 Jahre her. Irgendwas müssen Sie doch erinnern. Sie haben 18 Monate Ihres Lebens hier verbracht. Wer war dieser Oberferenrich? Tag. Tag. Lau. Richtig, lau. Mein Zugführer, Major Lange, hieß der. Der versoffene Sack. Mal sehen Sie, ist doch was. Hören Sie zu, Junge. Ich habe jetzt ein Geschäft. Ich will nicht in die alten Geschichten hineingezogen werden. Man soll das ruhen lassen. Jetzt verstößt meine Klienten. Klienten? Sie haben hier eine Fahrschule, keine Anwaltskanzlei. Hör zu, Jung. Noch so ein Spruch, du fliegst hier achtkantig raus. Wenn du nicht so eine bekannte Visage hättest, hätte ich überhaupt kein Wort mit dir geredet. Also, es tut mir leid, aber ich habe auch ein Geschäft, wenn Sie so wollen. Ich habe auch was zu verlieren. Ich kann die alten Geschichten nicht ruhen lassen und Major Lange kann ich nicht mehr fragen, der hat sich vor einem Jahr totgesoffen. Also, Sie sind meine letzte Hoffnung. Also, gut. Gib mir deine Handynummer. Ich sehe zu, was ich machen kann. Vielleicht rufe ich immer dann. Vielleicht auch nicht. Danke. Von mir hast du nichts gehört. Klar? Wegtreten. Ich wollte dich warnen gewissermaßen. Dieser Jan Landes, der gerade die Nachrichten liest, also eine befreundete Journalistin, ist bei Recherchen auf einer Kartallkarte gestoßen. Sieht so aus, als war dein Mann IM. Ja, 99 Prozent. Vom Spiegel. Das können wir nicht sagen, bevor die Akte nicht aufgetaucht ist. Ja. Na, keine Ahnung. Ich dachte nur, es ist besser, wenn du es weißt. Bevor du es aus der Zeitung erfährst. Ja, sollten wir machen. Vielleicht im November. Gut. Also, bis dann. Die Vertreibung der Bevölkerung. Scheiße! Verdammte Scheiße! Der Frankfurter Holzschutzmittelprozess muss neu aufgerollt werden. Es ist Karl-Heinz Grundmann. Ja, Karl-Heinz. Was? Landers, wieso? Den sehe ich doch gerade. Wer sagt das? Oh. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr nicht diese Kommission da? Ach so. Ja, dann nimm ihn runter. Nein, nicht jetzt. Lass ihn die Nachrichten zu Ende lesen. Bestell ihn zu dir und nimm ihn runter, bis die Dinge geklärt sind. Wir können uns das nicht leisten. Stell dir mal vor, der liest die Nachricht von seiner eigenen Tarnung vor. Nein, nimm ihn runter. Gut. Keine Erklärung, ja? Nichts. Tschüss. Scheiße. Wir melden uns wieder mit dem Tagesjournal um 22.30 Uhr. Darin Außenminister Kinkel und die Menschenrechte in China, sowie der beginnende Prozess um den Brandanschlag auf ein Ausländerwohnheim in Solingen. Danke, Jan. Grundmann hat angerufen. Sollts zu ihm kommen. Sofort. Danke dir. Waren Sie bei der Stasi? Ich hatte eben einen Anruf aus dieser Stasibehörde in Berlin, von ganz oben. Es gibt Informationen, dass Sie informeller Mitarbeiter bei der Staatssicherheit waren. Was? Ich habe gerade mit Dr. Stein telefoniert. Wir nehmen Sie aus der Schusslinie. Die Schusslinie? Wer schießt denn? Der Spiegel zum Beispiel. Spiegel? Der Spiegel wartet auch, dass ich so bedeutend bin? Sie sind nicht bedeutend, Landers. Die Nachrichten sind bedeutend. Das Tagesjournal ist bedeutend. Sie machen eine Pause, bis die Sache geklärt ist. Trinken Sie. Ich bin seit 25 Jahren in dieser Behörde hier. All diese Anscheißereien, Arschkriechereien, die abgebrochenen Karrieren. Der Angstschwester, der da in Ihren Akten steht, all das kenne ich auch von Ihnen. Das sind nicht meine Akten. Darum geht es nicht, Landers. Begreifen Sie. Das sind die Nachrichten, das Allerheiligste. Es gibt bald Intendantenwahlen, das ist Politik. Sollte sich herausstellen, dass das alles ein großer Irrtum ist, was ich hoffe, bin ich der Erste, der Sie wieder für das Tagesjournal vorschlägt. Bis dahin machen Sie Urlaub, Landers. Versuchen Sie sich zu erinnern. Erinnern? Was glauben Sie, dass ich irgendwas verdrängt habe, oder was? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich war nicht bei der Stasi. Trinken Sie, Landers. Karin? Oh, Scheiße, Karin, Mensch. Ja? Guten Abend, entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Mein Name ist Doris Tyson vom Spiegel. Und was wollen Sie? Ich hätte ein paar Fragen. Wozu? Jan Landers. Was? Jan Landers, der Nachrichtensprecher. Und was wollen Sie da von mir? Reden. Ja? 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 Ich kann mich nicht erinnern. Ach komm, Jan. Das sagen alle. Ich weiß. Aber es ist das Einzige, was ich sagen kann. Grundmann hat mir gesagt, ich soll mich erinnern. Ich versuch's die ganze Zeit. Aber ich kann mich ja nicht erinnern. Klingt bescheuert, aber so ist es. Was willst du von mir? Absolution? Du bist meine beste Freundin. Beste Freundin? Arschloch! Ich will nicht deine beste Freundin sein, du Scheißkerl! Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich hätte dich gern gerettet. Dann rette mich doch. Das kann ich nicht. Ich bin nicht die Frau, von der du dich retten lassen willst. Außerdem will ich auch nicht das Leben, nach dem du dich so sehnst. Was denn für ein Leben? Naja, indem du alles richtig machst. Es tut mir leid. Ich weiß. Mir auch. Setzen Sie sich. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Packen Sie es bitte weg. Ich muss mich erst mal ordnen. Ist alles lange her. Wir können es noch zusammenordnen. Was? Wollen Sie auch? In Neubrandenburg. Bei der NVA. Naja. Naja, natürlich nicht. Aber ich habe viele Interviews gemacht, die sich mit dieser Zeit beschäftigen. Das mag ja sein. Aber ich bin gern korrekt. Ich will erst gerne meine Aufzeichnung durchsehen. Sie haben Aufzeichnung? Welche Zielrichtung soll denn Ihr ... Ihr Artikel haben? Das weiß ich noch nicht. Das kommt drauf an, was Landers gemacht hat. Was steht denn in der Akte? Woher wissen Sie, dass es eine Akte gibt? Haben Sie es nicht vorhin gesagt? Wir haben keine Akte. Ich dachte, dass Sie mir sagen, was drin steht. Was haben Sie denn? Es gibt eine Karteikarte. Das ist nicht viel. Haben Sie Arbeit? Ich dachte, es geht um Landers. Naja. Wir würden Ihren Namen natürlich anonymisieren. Wir könnten auch ein kleines Informationshonorar zahlen. Und was heißt das? 1.000, 2.000 Mark. Das müsste ich erst mal mit meinem Chef besprechen. Ja. Dann besprechen Sie das. Ich lese meine Aufzeichnung. Und dann treffen wir uns. Morgen. Guten Abend. Guten Abend. Das ist Frau Theissen, Karin. Sie will gerade wieder gehen. Ja? Oh, Entschuldigung. Herr Landes? Ja? Hier ist Thomas Raschke von der Neubrandenburger Allgemeinen Zeitung. Guten Abend. Haben Sie meine Nachricht abgehört? Ja. Ich bin hier Reporter in Neubrandenburg. Und hier ist ein Gerücht aufgekommen, dass Sie ... Ah, ist mir bekannt. Aha. Das wissen Sie schon. Gut. Es ist ... Es wäre doch sehr günstig, wenn wir uns treffen könnten. Ich will auch nach Hamburg kommen. Und wenn ich komme? Ach, das wäre noch günstiger. Ja, gut. Also dann ... Dann rufen Sie mich doch an, wenn Sie herkommen. Ich hole Sie vom Bahnhof ab. Äh, meine Telefonnummer haben Sie? Ja. Ja? Ah ja, hab ich. Ja, sehr gut. Ähm ... Ja, dann wiederhören. Und ... ach, Herr Landers. Kopf hoch! Ja! Gute Nachrichten? Tja, wie man es nimmt und bei Ihnen? Haben Sie mal eine Zigarette? Haben Sie wirklich gedacht, ich sehe Sie nicht? Was suchen Sie eigentlich? Ich fürchte dasselbe wie Sie. Weshalb fürchten Sie sich? Ich bin aber die Lokalpresse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, wissen Sie nicht? Nehmen Sie mich mit? Zurück in Ihre ... Stadt? Ja, dafür bin ich ja da. Hm, hm, hm. Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wanner Landers. Margarete B. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Äh, Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Mhm. Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektro-Kohle. In der Konstru- Pub, 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 Pub. Jerechow. 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 Stadt-Jerechow. Noch 30. Vorwarnung für die Matze 2. Matze 2. Noch 20. Meine Damen und Herren, guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Noch 10 und Achtung. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute am letzten Tag seiner Nahostreise die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Ben-Gurion erhalten. Anschließend traf er in der israelischen Stadt Jericho den PLO-Chef Yasser Arafat zu einem Gespräch. Und ab! Für gut zwei Stunden kam der Bundeskanzler am Vormittag in das palästinensische Autonomiegebiet. Der erste offizielle Besuch eines deutschen Regierungschefs bei Palästinenser Führer Arafat. Auch für die palästinensischen Dudelsack Pfeiffer war es eine Premiere, als sie versuchten, die deutsche Hymne zu intonieren. Der Präsident von Dynamo Dresden stürzt den ostdeutschen Bundesliga-Club offenbar in die größte Krise der Vereinsgeschichte. Trotz zahlreicher Rücktrittsforderungen hält der Vereinspräsident Otto an seinem Amt fest. Dieses Präsidium tritt nicht zurück. Egal was mit diesem Verein in welcher Form auch weiterhin jetzt geschehen mag. Es sieht schlecht aus für den wohl bekanntesten ostdeutschen Fußballverein Dynamo Dresden. Dynamo, du Arschloch. Dynamo. Otto war viele sächsische Kleinunternehmen in den Ruin getrieben. Karin. Sehr gut. Komm noch mal. Dem sportlich ohnehin schwächelnden Fußballclub Dynamo brot der Abstieg in die Regionalliga. Damit wäre die einst so traditionsreiche Fußballregion Sachsen nicht mehr in der höchsten deutschen Liga vertreten. Dresden war unter anderem zehnmal Meister in der ehemaligen DDR geworden. Ich habe keine ehemalige DDR-Aufschlusser. Was ist denn? Es ist vorbei schon. Achso. Dynamo, Landers. Dynamo. Warum sagst du dir das nicht? Wer weiß es doch, Karin? Weiß er doch, ne? Ist auch ehemalig Weg. Hm? Was? Soll ich dich abschminken? Nee, lass mal. Das mache ich heute selbst. Siehst blass aus. Du nicht. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wann fängt denn das an? So zwischen neun und halb zehn. Viertelstunde, Ausgang B? Okay. War denn Fußball überhaupt erlaubt im Osten? Tut mir leid, Landers. Bitte? Mit Ihrem Dynamo. Oh, danke. Ich bin Bayern-München-Fan. Ist ja noch schlimmer. Dynamo. Wir lernen die nie. Räumt ihr euren Dreck nachher weg. Sieht ja aus wie Sau hier. Ja, wollen wir noch sowas, Leutnant? Was? Nischt. Nischt. Du lässt mich an deinen Vater, Du Wolski. Jetzt schon. Das ist der Levski der Arsch. Wahnsinn. Was? Der Wein. 49 Mark. Vergiss das nicht zu sagen. Muss ich irgendwas wissen von einer Maggie? Also Maggie nennen Sie nur Ihre Freunde. Sie heißt Margarete. Sie ist nett, sie ist schön, sie ist reich. Ihr Vater hatte eine große Brauerei in Hamburg. Bier, Bär. Bier, Bär? Ach du Scheiße. Es werden nur ein paar Künstlerfreunde da sein heute Abend. Nichts Großes. Margarete hat ein paar Jahre Geschichte studiert auf Unis in der Halben Welt. Sie kennt überall Künstler. Ein paar davon sehr gut, wenn du weißt, was ich meine. Klingt nicht gerade, als wäre sie deine beste Freundin. Doch, ich mag sie. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Doris. Was ist denn? Bleib sachlich. Ich hasse diese Art von Diskussion. Ich stelle dir Fragen, du gibst mir Verhaltensnoten. Der Ton macht die Musik, Doris. Gut, Elke. Also nochmal leise und freundlich. Sind wir Paviane? Ich finde das zu dogmatisch. Die Ossis holen wirklich auf. Guck dich an. Du bist Ossi. Bist du nicht erfolgreich? Du, ich bin die einzige ostdeutsche Journalistin beim Spiegel. Wusstest du das, Elke? Die einzige? Es gab ja auch keinen Journalismus bei euch in der DDR. Es war nicht meine DDR, Richard. Hör auf damit. Erfolgreiche Ossis sind ein Thema. Die halbe Fußballnationalmannschaft besteht aus Ostdeutschen. Klar, Holgi. Und Neger rennen schneller als Weiße. Doris, bleib sachlich. Peter, hör doch auf. Du bist seit 20 Jahren dabei. Ich dachte, wir sind ein Nachrichtenmagazin und nicht die Fußballwoche. Ich finde es interessant. Gesellschaftlich interessant. Vielleicht sind die Ostdeutschen hungriger. Hungriger als die im Westen. Nicht so ausgeruht. Das ist doch Unsinn, Peter. Nur weil ein paar hochgezüchtete Leistungssportler Goldmedaillen holen, kann man doch keine darwinistischen Schlüsse ziehen. Es gibt auch Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und Eiskunstläufer. Vergiss die Maler nicht. Deine Malerfreunde aus der guten alten Zeit. War ja nun nicht alles schlecht, oder? Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren. Mach eine Liste von Leuten, die in Frage kommen und check sie durch. Mit deinem Freund von der Behörde. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Prinzipien. Wir haben 1995, Doris. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Der Krieg, Mädchen. Der Krieg. Der Krieg hat noch gar nicht angefangen, Richard. Lieber Bernhard, wir entwerfen hier zur Zeit eine Titelgeschichte zu erfolgreichen Ostdeutschen. Mir ist außer uns beiden zunächst gar niemand eingefallen. Aber dann habe ich mich hingesetzt und doch noch ein paar gefunden, die man, zumindest wenn man sie mit den anderen 15 Millionen Ostdeutschen vergleicht, erfolgreich nennen könnte. Weil man ja gerade bei den erfolgreichen Ostlern nie sicher sein kann, ob sie nicht auch als EM gearbeitet haben, schicke ich dir hier mal die Liste von den Kandidaten für die Titelgeschichte. Es sind die Übungen, Sportler, Schauspieler, Volksmusikanten und dieser Fernsehansager. Ich hoffe, du kannst mich wie immer ein bisschen bevorzugt behandeln. Mit anderen Worten, es wäre schön, wenn ich die Ergebnisse Ende nächster Woche hätte. Inklusive Außenstellenrecherche. Ich würde sie mir gern höchstpersönlich aus Berlin abholen, wenn das ein Ansporn für dich ist. Deine Doris. Brahnstein geht zu den Privaten. Was? Brahnstein geht zu den Privaten. Er fängt dann im Frühjahr an. Ich denke, er sollte bei uns Ende des Jahres vom Sender gehen. Dann brauchen wir einen neuen Mann für das Tagesjournal. Das würde er sich anbieten. Ich finde das nicht komisch, Gerd. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich weiß es seit gestern. Hat er denn nicht mit dir verhandelt? Sicher, aber wir können doch nicht mithalten. Und am Ende dachte ich, vielleicht ist ein neues Gesicht gar nicht schlecht. Aber sowas muss doch lange vorbereitet werden. Kommt, Charlie, jetzt hör auf zu jammern. Du hast drei Monate Zeit, jemanden zu finden. Das wird dir aber reichen. Was ziehst du denn da unter den Haaren rum? Sie fallen aus. Ich weiß auch nicht, warum. Die Bürgerrechtlerin Bärbel Bolley darf den PDS-Bundestagsabgeordneten Gysi nicht als Stasi-Spitzel bezeichnen. Sie wurde rechtskräftig verurteilt, diese oder ähnliche Äußerungen zu unterlassen. Bolley will gegen das Urteil Verfassungsbeschwerde einlegen. Und nun, meine Damen und Herren, die Wettervorhersage für morgen Dienst. Mittag, den 26. September. Jan, du sollst in einer Viertelstunde zu Grundmann kommen. Okay. Und? Prima. Ja? Sie wollten mich sprechen? Wissen Sie, wie viele Haare ein gesunder Mensch am Tag verliert? Zehn. Hundert. Man kann hundert Haare verlieren, ohne sich Sorgen zu machen. Sorgen um was? Was weiß ich. Setzen Sie sich. Wissen Sie eigentlich, dass Sie der einzige Mitarbeiter aus den neun Ländern hier sind? Nö, wundert mich aber auch nicht. Warum wundert Sie das nicht? Weil ich nicht den Eindruck habe, dass irgendjemand sich hier wirklich für den Osten interessiert. Weil wir im Urlaub nicht an Ihre Baggerseen fahren? Wir sagen gar nicht Baggerseen. Was sagen Sie? Weiß nicht. Jedenfalls nicht Baggerseen. Schönes Beispiel. Ja. Wie Sie vielleicht gehört haben, obwohl es natürlich niemand weiß, verlässt uns der Kollege Brahnstein in Richtung Privatfernsehen. Habe ich nicht gehört. Auch gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihn beim Tagesjournal ersetzen. Wow. Ja. Wir machen natürlich vorher ein paar Tests. Haben Sie eigentlich studiert? Abgebrochen. Und was? Kulturwissenschaften. Hätte ich auch abgebrochen. Gut, Landers. Das war's. Ich sage Ihnen Bescheid, wann die Tests genau anfangen. Landers? Ja? Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Ja? Ja. Kiesgruben. Im Baggerseen heißen bei uns Kiesgruben. Drei Nachrichten vorhanden. Nachricht ein. Guten Tag, Herr Landers. Hier ist Gerlach von Gerlach Immobilien. Wir haben Ihre Reservierungsanfrage zu unseren Elbloft zu halten. Es ist Loft 326, 186 Quadratmeter Penthouse. Sie könnten sich den Loft am kommenden Mittwoch ansehen, bevor Sie die Reservierung vornehmen. Rufen Sie uns doch bitte morgen zwischen 9 und 19 Uhr zurück. Hamburg, 437891. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Nachricht 2. Jan? Mutti? Hallo? Jan, also nächsten Donnerstag ist doch der Hafengeburtstag. Und da haben wir uns überlegt, also Vati und ich, dass wir gerne mal vorbeikommen würden. Können wir wieder bei dir übernachten? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Also wir kommen mit dem Zug, der 10.52 Uhr Hauptbahnhof Hamburg ankommt. Holst du uns ab? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. heartses Heiμαiniams Geräusche Begriffe Kupfer 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 Ja, Herr Raschke. Alter, ich bin schon seit zwei Stunden, oder? Ja, ich war joggen. Ja, ja, Klaas, bleib dabei, Herr Dr. Rechelt. Um elf bin ich bei Ihnen. Einen Fotografen noch nicht. Doch, das wird eine große Sache in unserer Wochenendausgabe. Ja, genauso groß wie mit dem Ministerpräsidenten. Gut, bis gleich, Herr Dr. Rechelt. Ja. Mitten in der Nacht. Rechelt, du Arsch. Unser erstes Thema. Am 3. Oktober sind die Deutschen fünf Jahre vereint. Umfragen haben Hochkundiunktur und verraten uns, es geht voran. Die Hälfte der Ostdeutschen denkt mittlerweile, dass es wirtschaftlich ist. Also, umfragen. Mach doch mal das Pult, klar. Karin? Karin? Oh, Scheiße, Karin, Mensch. Ja? Guten Abend, entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Mein Name ist Doris Tyson, vom Spiegel. Und was wollen Sie? Ich hätte ein paar Fragen. Wozu? Jan Landers. Was? Jan Landers, der Nachrichtensprecher. Und was wollen Sie da von mir? Reden. So? Okay. Stimmt's denn? Ich kann mich nicht erinnern Ach komm, Jan, das sagen alle Ich weiß Aber es ist das Einzige, was ich sagen kann Grundmann hat mir gesagt, ich soll mich erinnern Ich versuch's, die ganze Zeit Aber ich kann mich ja nicht erinnern Das klingt bescheuert, aber so ist es Was willst du von mir? Absolution? Du bist meine beste Freundin Beste Freundin, Arschloch! Ich will nicht deine beste Freundin sein! War ich 18 Naja, manche Dinge erinnern sich nie Kaffee? Gerne Entschuldigen Sie mich einen Moment Ich hatte noch keine Gelegenheit zur Morgentoilette Mh-mh Mh-mh Ich bleib nicht zum Frühstück. Ich hab nur eine Verabredung. Ich auch. Ich frage mich, ob Sie wissen, wo die Karteikarte von Jan Landers abgeblieben ist. Dem Nachrichtensprecher? Mhm. Willkommen in Neubrandenburg. Ich bin Thomas Raschke. Hallo. Ich weiß, es ist komisch. Ich komme mir vor wie in einem Agentenfilm. Was machen wir jetzt? Sie haben sicher noch nicht gefrühstückt. Lassen Sie uns in die Bahnhofskaststätte gehen. Ich erzähle Ihnen alles und danach können wir doch in Ihr Altersregiment fahren. Kristall. Äh, Cola Light. Wollen wir nicht. Dann nehme ich ein Wasser. Selta. Selta. Keine Limone, kein Eis. Was? Äh, nichts. Bring Sie einfach eine Selta. Ja? Ich hab die Karte, die Sie als IM führt. Aber ich war kein IM. Na ja, es gibt Beispiele, da wurden die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann auch IM werden. Aber das war eher selten. Blieben ist. Dem Nachrichtensprecher? Ja. Ja. Willkommen in Neubrandenburg. Ich bin Thomas Raschke. Hallo. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch. Ich komme mir vor wie in einem Agentenfilm. Was machen wir jetzt? Sie haben sicher noch nicht gefrühstückt. Lassen Sie uns in die Bahnhofskaststätte gehen. Ich erzähle Ihnen alles und danach können wir doch in Ihr Altersregiment fahren. Kristall? Äh, Cola Light. Warum nicht? Dann nehme ich ein Wasser. Selter. Selter. Keine Limone, kein Eis. Was? Ah, nichts. Bring Sie einfach eine Selter. Ja? Ich habe die Karte, die Sie als IM führt. Aber ich war kein IM. Naja, es gibt Beispiele. Da wurden die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann auch IM werden. Aber das war eher selten. Und was kann ich tun, um zu beweisen, dass ich genau so ein Fall war? Sie müssten Ihre Akte finden, oder? Oder? Oder Sie müssten sich erinnern. Prost. Lohr ist heißen vor dem Spiegel. Wir haben uns gestern Abend schon gesehen. Gestern Abend? Ja. Ist schon gut, Karinchen. Kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie was trinken? Ein Café vielleicht, ja? Danke. Gut. Also, ich habe jetzt den Umschlag dabei. Da sind tausend für... Ja, Raschke. Alter, nee, nee. Ich bin schon seit zwei Stunden, oder? Ja? Ich war Joggen. Hm? Ja, ja. Klaas bleibt dabei, Herr Dr. Reichelt. Um elf bin ich bei Ihnen. Hm? Einen Fotografen noch nicht. Doch, das wird eine große Sache in unserer Wochenendausgabe. Hm? Ja, genauso groß wie mit dem Ministerpräsidenten. Gut, bis gleich, Herr Dr. Reichelt. Ja. Mitten in der Nacht. Reichelt, du Arsch. Unser erstes Thema. Am 3. Oktober sind die Deutschen fünf Jahre vereint. Umfragen haben Hochkonjunktur und verraten uns, es geht voran. Die Hälfte der Ostdeutschen denkt mittlerweile, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. Vor zwei Jahren waren es 25 Prozent. Und knapp 60 Prozent in Ost und West sagen, dass es ihnen besser geht, als noch vor zehn Jahren. Herr Raschke. Schön, dass Sie da sind. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Sie sind ja der erste Journalist, den wir unsere neu gestaltete Behörde vorstellen. Der allererste. Ja. Meine Frau Wolters, das ist Herr Raschke von der NRZ. Tag, Frau Wolters. Guten Tag, Herr Raschke. Ich mag Ihre Artikel sehr, wenn ich... Ja, Frau Wolters. Machen Sie uns den schönen Kaffee, Frau Wolters. Oh, danke. Das ist mein Reich. Hier ist praktisch nichts verändert worden. Und da saß also... Generalmajor Günther Bürger, richtig. Leiter der Beziehungsverwaltung der Staatssicherheit. Das war sein Schreibtisch, sein Stuhl, elektrischer Bleistiftanspitzer. Sogar die beiden Gummibäume sind noch von meinem Vorgänger. Vorgänger? Hast du Lust, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Aber nicht wieder in so einen dänischen Schwarz-Weiß-Film, wie neulich mit dem Hund. Das war ein Spanischer. Nichts Spanisches, nichts Dänisches. Ich hab's gerade gehört. Alles Gute. Ich bin überzeugt davon, dass Sie genau der richtige Mann sind. Danke, fünf Jahre deutsche Einheit und ein ostdeutscher Einkommen. Ich bin leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eure Nachrichten. Hallo Jan, hier ist Margarete. Gerade war besetzt bei dir. Heute ist die Vernissage in meiner Galerie. Es fängt um halb neun an. Du weißt hier wo. Ich würd mich freuen. Hallo? Und das war sein Zimmer. Hier hat er mit seiner kleinen Schwester Andrea geschlafen. War nicht viel Platz, aber es hat gereicht. Oh, das ist ja süß. Ein Foto von früher. Kann ich das mitnehmen? Also nur, damit man eine Vorstellung hat. Das bräuchten wir aber zurück. Selbstverständlich. Was hat der Jan eigentlich damals gelernt? Er hat angefangen zu studieren an der Humboldt-Universität Kulturwissenschaft. Was hat er abgebrochen? Um Discjockey zu werden. Er wollte schnell Geld verdienen. Ja. Was denn? Er ist ein guter Junge, aber er hatte nie Geduld mit irgendwas. Die Modellflugzeuge hier, das war alles nichts für ihn. Es musste schnell gehen. Ich war fast 40 Jahre in einem Betrieb. Kennen Sie Elektrokohle? Natürlich. Und was machen Sie jetzt? Er war dreimal Aktivist. Zweimal. Und Sie? Ich arbeite an der Humboldt-Universität. Aha. Mhm. Sie ist Sekretärin. Bei der Sektion Kulturwissenschaften. Aber nur noch zweimal die Woche vormittags. Sie hat Jan den Studienplatz besorgt. So kann man das nicht sagen, Werner. Wie denn sonst? Ist Jan eigentlich bei der Armee gewesen? Er war bei den Luftstreitkräften in Neubrandenburg. Aber der hat nie ein Flugzeug von innen gesehen. Aber du, Werner, warst du... Und die haben Sie alle selbst gebastelt? Das ist ja unglaublich. Ist wirklich toll. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Frau Theisen? Gerne. Und... Sie schreiben also über erfolgreiche Ostdeutsche? Genau. Haben Sie eventuell noch Bilder aus seiner Armeezeit, nur damit man sich eine Vorstellung machen kann? Ja. Kann auch ein Passbild sein. Hm? Warum? Ja, ich weiß. Wir könnten Landers vielleicht blöffen, ihn unter Druck setzen. Vielleicht gesteht er uns ja seine ganze Geschichte. Ich kenne Grundmann seinen Chef bei den Nachrichten. Das ginge. Oder er findet seinen Führungsoffizier. Und wie? Ja, Landers war doch dort bei der Armee, oder? Ja. Neubrandenburg. Da gab's vielleicht zwei oder drei Kasernen. Du musst rauskriegen, in welcher er war. Und dann müssen wir den von der Stasi finden, der dort saß, als Landers seinen Dienst abgeleistet hat. Der hat ihn auch angeworben. Ja. Aber die haben doch kein Privatarchiv. Ja. Da waren unsere Unterkünfte und dahinter, in so einer alten Villa, saß die Regimentsführung. Komisch. Ist alles wieder da? Ja. Wissen Sie, eigentlich war das eine furchtbare Zeit. Ich hatte immer das Gefühl, ich verschenke meine Jugend. Ich dachte, wenn ich hier rauskomme, bin ich ein alter Mann. Ich war 21, als ich hier rauskam. Ein Witz aus heutiger Sicht. Was haben Sie dann gemacht? Studiert. Kulturwissenschaften. Berlin oder Leipzig? Berlin. Was wollen Sie eigentlich schreiben? Weiß ich noch nicht. Man hat mir gesagt, die vom Spiegel wären an der Geschichte dran. Ja, sind sie auch. Haben doch nichts gefunden. Es hat gereicht, mich vom Sender zu nehmen. Wer hat Sie vom Sender genommen? Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber reden sollte. Sie müssen mir nicht trauen, aber wer kann Ihnen helfen? Ich bin zwar nicht der Spiegel, aber ich kenne mich in Neubrandenburg aus. Und was soll ich jetzt machen? Ein Croissant und ein Milchkaffee, bitte. Nein, Wasser bitte, still kein Eis, keine Limone. Ich finde das sehr anständig von dir, dass du mir hilfst. Anständig? Na ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es ist mir nicht leicht gefallen, dich anzurufen. Ich kenne nicht viele Anwälte, also gute Anwälte. Und ich vertraue dir. Es ist mir auch nicht leicht gefallen zu kommen. Ich liebe dich nämlich. Martin. Na, wie auch immer. Der Fall von deinem Land, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ein bisschen recherchiert. Es geht gar nicht um die DDR-Zeit. Hat er jemals beim Sender unterschrieben, nicht für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben? Keine Ahnung. Liebe auf den ersten Blick? Martin. Okay. Du musst ihn fragen, was er unterschrieben hat. Wenn er keine falschen Angaben gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen gemacht hat, haben die überhaupt keine Spaß ihn zu entlassen. Aber das ist ja wunderbar. Sag ihm, er soll auf keinen Fall mit irgendwelchen Journalisten reden. Er muss das intern klären. Nur so können alle ihr Gesicht wahren. Du bist ein Schatz. Mhm. Kommt Ihnen da irgendein Name bekannt vor? Wieso? Na, sagen wir mal so. Der Spiegel fand ihn interessant. Krausnick, Schmidt, Krüger, Zilewski, Bilde. Keine Ahnung. Das ist 13 Jahre her. Aber was müssen Sie doch erinnern. Sie haben 18 Monate Ihres Lebens hier verbracht. Dann war dieser Ober-Fähnrich. Tag. 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 Lau. Richtig lau. Tag. 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 Soll ich Sie ein Stück mitnehmen? Wenn Sie nach Hamburg fahren? Steigen Sie ein. Guten Tag, Frau Selewski. Das mit der Versicherung, das macht alles in meinem Mann. Herr Selewski? 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 Also dann. Stand da übrigens vorhin nicht ganz zufällig da. Ich habe mir gedacht, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern und ich muss die Initiative übernehmen. Ich habe mir gedacht, dass du ein bisschen schüchtern hast. Ich habe mir gedacht, dass du ein bisschen schüchtern hast. Es gibt eine Karteikarte. Sehr gut. Und was hat es anders gemacht? Keine Ahnung. Bis hier habe ich nur die Karteikarte gesehen. Die Akte ist in einem anderen Bereich abgelegt. Ich brauche die Akte, unbedingt das Erste. Wenn es sogar eine Karteikarte gibt. Klander ist doch für die Stasi gearbeitet, oder? Wahrscheinlich. Es gibt... Es gibt... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wahrscheinlich. Es gibt aber auch Fälle, wo die Leute überhaupt nichts davon wussten. Vorläufe. Die Stasi hatte erst mal nur geplant, die Leute als informelle Mitarbeiter zu verpflichten. Hatte Landers schon einen Decknamen? Pankow. Pankow? Stadtteil von Berlin. Bin ich's beblüht? Was soll denn das, Pankow? In den 50er Jahren stand Pankow für den Sitz des Politbüros. Ja, weiß ich. Vielleicht hat Landers aber auch in Pankow gewohnt. Keine Ahnung. Ja, scheißegal. Das krieg ich raus. Jan? Mutti? Schade. Ja, ich wollte nur sagen, dass nachher eine Journalistin vorbeikommt, von einer Illustrierten. Vom Spiegel. Was, Werner? Vom Spiegel. Oh, Vati, sagt sie, ist vom Spiegel. Sie wollen eine Geschichte über erfolgreiche Ostler machen. Und da haben sie dich ausgesucht. Sie klang nett. Naja, bist du wieder nicht da. Aber wir haben ja eigentlich nichts zu verbergen. Tschüssi. Wir kommen dann am Hafengeburtstag. Der Zug kommt 10.52 Uhr am Hauptbahnhof Hamburg an. Ja? Nächsten Donnerstag. Ja? Tschüssi. Spiegel? Ach, ruf doch mal an. Na bitte. Ich bin leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie meine Nachrichten. Hallo Jan, hier ist Margarete. Gerade war besetzt bei dir. Heute ist die Vernissage meiner Galerie. Es fängt um halb neun an. Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin bei Malandas. Margarete B. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektrokohle. In der Konstruktion? Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn ihr lieber einen Ingenieur gehabt hättet. Das sieht sehr hilfreich aus. Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. War Jan beim Stasi? Bei der Stasi? Es heißt die Stasi, nicht der Stasi. Mein Sohn war nicht bei der Stasi. Woher weißt du das? Meine Mutter weiß das. Das ist die neue Brandenburgernacht. Habe ich dir zu viel versprochen? Ja, ist schon beeindruckend. Die Luft ist ja auch sehr gut. Soll ich Ihnen den großen Wagen zeigen? Ich bin die Doris. Ja. Da hat so einen Reporter angerufen bei Jan, als ich neulich da war, von einer Zeitung aus Neubrandenburg, von irgendeiner Stimme oder sowas. Wer war Neubrandenburg? Luftstreitkräfte. Er hat allerdings nie ein Flugzeug von innen gesehen. Hör auf, Werner. Und wo liegt dieses Neubrandenburg? Kennen Sie die 96? Werner. 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 Hübsches T-Shirt. Werner. 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 Ich weiß jetzt, wie Sie es zum Spiegel geschafft haben. Mhm. Und wie? Herr. Äh, Sie schlafen nicht. Sagen wir mal so. Ich falle nicht ins Koma. Äh, das letzte Nacht, äh... Janne. Ich finde das zu dogmatisch. Die Ossis holen wirklich auf. Guck dich an. Du bist Ossi. Bist du nicht erfolgreich? Du, ich bin die einzige ostdeutsche Journalistin beim Spiegel. Wusstest du das, Elke? Die einzige? Es gab ja auch keinen Journalismus bei euch in der DDR. Es war nicht meine DDR, Richard. Hör auf damit. Erfolgreiche Ossis sind ein Thema. Die halbe Fußball-Nationalmannschaft besteht aus Ostdeutsch. Klar, Holgi. Und Neger rennen schneller als Weiße. Doris, bleib sachlich. Peter, hör doch auf. Du bist seit 20 Jahren dabei. Ich dachte, wir sind ein Nachrichtenmagazin und nicht die Fußballwoche. Ich find's interessant. Gesellschaftlich interessant. Vielleicht sind die Ostdeutschen hungriger. Hungriger als die im Westen. Nicht so ausgeruht. Das ist doch Unsinn, Peter. Nur weil ein paar hochgezüchtete Leistungssportler Goldmedaillen holen, kann man doch keine darwinistischen Schlüsse ziehen. Es gibt auch Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und Eiskunstläufer. Vergiss die Maler nicht. Deine Malerfreunde aus der guten alten Zeit. War ja nun nicht alles schlecht, oder? Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren. Mach eine Liste von Leuten, die in Frage kommen und check sie durch. Mit deinem Freund von der Behörde. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Prinzipien. Wir haben 1995, Doris. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Der Krieg, Mädchen. Der Krieg. Der Krieg hat noch gar nicht angefangen, Richard. Lieber Bernhard, wir entwerfen hier zur Zeit eine Titelgeschichte zu erfolgreichen Ostdeutschen. Mir ist außer uns beiden zunächst gar niemand eingefallen. Aber dann habe ich mich hingesetzt und doch noch ein paar gefunden, die man, zumindest wenn man sie mit den anderen 15 Millionen Ostdeutschen vergleicht, erfolgreich nennen könnte. Weil man ja gerade bei den erfolgreichen Ostlern nie sicher sein kann, ob sie nicht auch als EM gearbeitet haben, schicke ich dir hier mal die Liste von den Kandidaten für die Titelgeschichte. Es sind die Üchenfatterin. Sportler, Schauspieler, Volksmusikanten und dieser Fernsehansager. Ich hoffe, du kannst mich wie immer ein bisschen bevorzugt behandeln. Mit anderen Worten, es wäre schön, wenn ich die Ergebnisse Ende nächster Woche hätte. Inklusive Außenstellenrecherche. Ich würde sie mir gern höchstpersönlich aus Berlin abholen, wenn das ein Ansporn für dich ist. Deine Doris. Branstein geht zu den Privaten. Was? Branstein geht zu den Privaten. Er fängt dann im Frühjahr an. Ich denke, er sollte bei uns Ende des Jahres vom Sender gehen. Dann brauchen wir einen neuen Mann für das Tagesjournal. Das würde er sich anbieten. Ich finde das nicht komisch, Gerd. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich weiß es seit gestern. Hat er denn nicht mit dir verhandelt? Sicher, aber wir können doch nicht mithalten. Und am Ende dachte ich, vielleicht ist ein neues Gesicht gar nicht schlecht. Aber sowas muss doch lange vorbereitet werden. Kommt, Charlie, jetzt hör auf zu jammern. Du hast drei Monate Zeit, jemanden zu finden. Das wird ja wohl reichen. Was ziehst du dir denn da unter deinen Haaren rum? Sie fallen aus. Ich weiß auch nicht, warum. Die Bürgerrechte. Ich weiß es. Ich weiß auch nicht. Untertitelung. BR 2018 Mahlzeit. Mahlzeit. Es gibt eine Karteikarte. Sehr gut. Und was ist anders gemacht? Keine Ahnung. Bisher habe ich nur die Karteikarte gesehen. Die Akte ist in einem anderen Bereich abgelegt. Ich brauche die Akte. Unbedingt das Erste. Wenn es sogar Teikarte gibt. Landers doch für die Stasi gearbeitet, oder? Wahrscheinlich. Es gibt aber auch Fälle, wo die Leute überhaupt nichts davon wussten. Vorläufe. Die Stasi hatte erst mal nur geplant, die Leute als informelle Mitarbeiter zu verpflichten. Hatte Landers schon einen Decknamen? Pankow. Pankow? Stadtteil von Berlin. Nichts begleitet. Was soll denn das, Pankow? In den 50er Jahren stand Pankow für den Sitz des Politbüros. Ja, weiß ich. Vielleicht hat Landers aber auch in Pankow gewohnt. Keine Ahnung. Ach, scheißegal. Das kriege ich raus. Jan? Mutti? Schade. Ja, ich wollte nur sagen, dass nachher eine Journalistin vorbeikommt. Von einer Illustrierten. Vom Spiegel. Was, Werner? Vom Spiegel. Oh, Fatih sagt, sie ist vom Spiegel. Sie wollen eine Geschichte über erfolgreiche Ostler machen. Und da haben sie dich ausgesucht. Sie klang nett. Na ja, bist du wieder nicht da. Aber wir haben ja eigentlich nichts zu verbergen. Tschüssi. Wir kommen dann am Hafengeburtstag. Der Zug kommt 10.52 am Hauptbahnhof Hamburg an. Ja? Nächsten Donnerstag. Ja? Tschüssi. Spiegel? Ach, ruft doch mal an. Na bitte. Ich bin leider nicht zu Hause. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hallo Jan, hier ist Margarete. Gerade war besetzt bei dir. Heute ist die Vernissage in meiner Galerie. Es fängt um halb neun an. Du weißt hier wo. Muss ich irgendwas wissen von einer Maggie? Also Maggie nennen Sie nur Ihre Freunde. Sie heißt Margarete. Sie ist nett, sie ist schön, sie ist reich. Ihr Vater hatte eine große Brauerei in Hamburg. Bierbär. Bierbär? Ach du Scheiße. Es werden nur ein paar Künstlerfreunde da sein heute Abend. Nichts Großes. Margarete hat ein paar Jahre Geschichte studiert auf Unis in der halben Welt. Sie kennt überall Künstler. Ein paar davon sehr gut, wenn du weißt, was ich meine. Klingt nicht gerade, als wäre sie deine beste Freundin. Doch, ich mag sie. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Doris. Was ist denn? Bleib sachlich. Ich hasse diese Art von Diskussion. Ich stelle dir Fragen, du gibst mir Verhaltensnoten. Der Ton macht die Musik, Doris. Gut, Elke. Also nochmal leise und freundlich. Sind wir Paviane? Ich finde das zu dogmatisch. Die Ossis holen wirklich auf. Guck dich an. Du bist Ossi. Bist du nicht erfolgreich? Du, ich bin die einzige ostdeutsche Journalistin beim Spiegel. Wusstest du das, Elke? Die einzige? Es gab ja auch keinen Journalismus bei euch in der DDR. Es war nicht meine DDR, Richard. Hör auf damit. Erfolgreiche Ossis sind ein Thema. Die halbe Fußballnationalmannschaft besteht aus Ostdeutschen. Folgi. Und Neger rennen schneller als Weiße. Doris. Bleib sachlich. Peter, hör doch auf. Du bist seit 20 Jahren dabei. Ich dachte, wir sind ein Nachrichtenmagazin und nicht die Fußballwoche. Ich finde es interessant. Gesellschaftlich interessant. Vielleicht sind die Ostdeutschen hungriger. Hungriger als die im Westen. Nicht so ausgeruht. Das ist doch Unsinn, Peter. Nur weil ein paar hochgezüchtete Leistungssportler Goldmedaillen holen, kann man doch keine darwinistischen Schlüsse ziehen. Es gibt auch Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und Eiskunstläufer. Vergiss die Maler nicht. Deine Malerfreunde aus der guten alten Zeit. War ja nun nicht alles schlecht, oder? Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren. Mach eine Liste von Leuten, die in Frage kommen und check sie durch. Mit deinem Freund von der Behörde. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Prinzipien. Wir haben 1995, Doris. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Der Krieg, Mädchen. Der Krieg. Der Krieg hat noch gar nicht angefangen, Richard. Lieber Bernhard, wir entwerfen hier zur Zeit eine Titelgeschichte zu erfolgreichen Ostdeutschen. Mir ist außer uns beiden zunächst gar niemand eingefallen. Aber dann habe ich mich hingesetzt und doch noch ein paar gefunden, die man, zumindest wenn man sie mit den anderen 15 Millionen Ostdeutschen vergleicht, erfolgreich nennen könnte. Weil man ja gerade bei den erfolgreichen Ostlern nie sicher sein kann, ob sie nicht auch als EM gearbeitet haben, schicke ich dir hier mal die Liste von den Kandidaten für die Titelgeschichte. Wir sind die Üchenfatterin. Sportler, Schauspieler, Volksmusikanten und dieser Fernsehansager. Ich hoffe, du kannst mich wie immer ein bisschen bevorzugt behandeln. Mit anderen Worten, es wäre schön, wenn ich die Ergebnisse Ende nächster Woche hätte. Inklusive Außenstellenrecherche. Ich würde sie mir gern höchstpersönlich aus Berlin abholen. Wenn das ein Ansporn für dich ist. Deine Doris. Brahnstein geht zu den Privaten. Was? Brahnstein geht zu den Privaten. Er fängt dann im Frühjahr an. Ich denke, er sollte bei uns Ende des Jahres vom Sender gehen. Dann brauchen wir einen neuen Mann für das Tagesjournal. Das würde er sich anbieten. Ich will das nicht gucken. Ja? Oh, Entschuldigung. Herr Landes? Ja? Hier ist Raschke, Thomas Raschke von der Neubrandenburger Allgemeinen Zeitung. Guten Abend. Haben Sie meine Nachricht abgehört? Ja. Ich bin hier Reporter in Neubrandenburg und hier ist ein Gerücht aufgekommen, dass Sie... Ja, ist mir bekannt. Aha. Das wissen Sie schon. Gut. Es wäre doch sehr günstig, wenn wir uns treffen könnten. Ich will auch nach Hamburg kommen. Und wenn ich komme? Das wäre doch günstiger. Ja, gut, also dann... Dann rufen Sie mich doch an, wenn Sie herkommen. Ich hole Sie vom Bahnhof ab. Meine Telefonnummer haben Sie? Ja. Ja? Ja, sehr gut. Ähm... Ja, dann wiederhören. Und... Ach, Herr Landes. Kopf hoch! Ja! Gute Nachrichten? Tja, wie man es nimmt und bei Ihnen? Haben Sie mal eine Zigarette? Haben Sie wirklich gedacht, ich sehe Sie nicht? Was suchen Sie hier eigentlich? Ich fürchte dasselbe wie Sie. Weshalb fürchten Sie sich? Ich bin aber die Lokalpresse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, finden Sie nicht? Nehmen Sie mich mit? Zurück in Ihre... Stadt? Ja, dafür bin ich ja da. Ich bin ja da. Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wanner Landers. Margarete B. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Äh, Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektrokohle. In der Konstruktion. Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn er lieber einen Ingenieur gehabt hätte. Das sieht sehr hilfreich aus. Ja, Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. Nämlich Leute für eine gewisse Zeit, die des Lebens Neubrandenburg wohnten. Dann wurden sie gewöhnlich von hier übernommen. Ihre Akte liegt dann bei uns und Berlin bittete uns gelegentlich, die Lücken aufzufüllen. Warum sollte jemand ein Teil seines Lebens Neubrandenburg verbringen? Als Berliner? Da gibt es die verschiedensten Gründe. Wir haben ein großes Berufsausbildungszentrum, einen guten Sportclub. Die Armee. Richtig. Mal sehen, was wir heute haben. Der Bote wartet im Leseraum. Sie müssen da noch abzeichnen. Richtig. Sie entschuldigen mich bitte. Herr Raschke, Ihr Artikel über unseren Ministerpräsidenten, das war, also wenn ich das sagen darf, ich habe den verschlungen. Danke, hätten Sie vielleicht ein Aspirin für mich? Ich könnte im Sanitätsraum nachfragen. Ganz fauberhaft, Frau Wolters. Diese Bürokraten in Berlin treiben mich noch in den Wahnsinn. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Ich zeige Ihnen dann die Maschinen. Italienische Archivsysteme. Voll automatisch. Die haben wir nicht mal in Berlin. Oh. Bitte. Das ist dein Schatz. Eine Erkältung? Nichts aus. Sie sehen noch ganz blass aus. Danke. Der Blick ist unverbaubar. Gesamtfläche 186 Quadratmeter. Das Dachdeck, das gemeinsam genutzt wird, hat 400 Quadratmeter. In der ersten Etage befindet sich das Fitnesscenter, der Indoorpool und Wohn- und Arbeitsbereich des Caretakers. Caretaker? Hausmeister. Ah, verstehe. Wie viele Stellplätze in der Tiefgarage brauchen Sie? Wie viele könnte ich denn haben? Drei, maximal drei. Wozu braucht jemand drei Stellplätze? Drei Autos, nehme ich an. Wir erwarten in diesem Gebäude sehr individuelle Mieterpersönlichkeiten mit eigenen Vorstellungen. Sie haben alle Freiheiten, nur für den Küchen- und Sanitärtrakt unterliegen wir gewissen Beschränkungen. Bedingt durch die Strangstruktur. Strangstruktur. Oh, Frau Bär, Sie sind einen Tick zu früh. Ich weiß. Der Blick ist unverbaubar. Ich weiß. In Kanute, eine Leichtathletin und dann die Salanders von den Nachrichten. Der soll das Neubrandenburg? Nee, der war hier bei der Armee. Hätte ich ja nicht gedacht, dass Salanders ein häusiges ist. Warum nicht, weil er lesen kann? Mach er so auf mit dem Scheiß. Klingt nicht gerade, als wäre sie deine beste Freundin. Doch, ich mag sie. Wir kennen uns seit dem Kindergarten. Doris. Was ist denn? Bleib sachlich. Ich hasse diese Art von Diskussion. Ich stelle dir Fragen, du gibst mir Verhaltensnoten. Der Ton macht die Musik, Doris. Gut, Elke. Also nochmal leise und freundlich. Sind wir Paviane? Ich finde das zu dogmatisch. Die Ossis holen wirklich auf. Guck dich an. Du bist Ossi. Bist du nicht erfolgreich? Du, ich bin die einzige ostdeutsche Journalistin beim Spiegel. Wusstest du das, Elke? Die einzige. Es gab ja auch keinen Journalismus bei euch in der DDR. Es war nicht meine DDR, Richard. Hör auf damit. Erfolgreiche Ossis sind ein Thema. Die halbe Fußballnationalmannschaft besteht aus Ostdeutschen. Klar, Holgi. Und Neger rennen schneller als Weiße. Doris. Bleib sachlich. Peter, hör doch auf. Du bist seit 20 Jahren dabei. Ich dachte, wir sind ein Nachrichtenmagazin und nicht die Fußballwoche. Ich finde es interessant. Gesellschaftlich interessant. Vielleicht sind die Ostdeutschen hungriger. Hungriger als die im Westen. Nicht so ausgeruht. Unsinn, Peter. Nur weil ein paar hochgezüchtete Leistungssportler Goldmedaillen holen, kann man doch keine darwinistischen Schlüsse ziehen. Es gibt auch Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler und Eiskunstläufer. Vergiss die Maler nicht. Deine Malerfreunde aus der guten alten Zeit. War ja nun nicht alles schlecht, oder? Ich möchte das jetzt nicht mehr diskutieren. Mach eine Liste von Leuten, die in Frage kommen und check sie durch. Mit deinem Freund von der Behörde. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Prinzipien. Wir haben 1995, Doris. Es ist vorbei. Was ist vorbei? Der Krieg, Mädchen, der Krieg. Der Krieg hat noch gar nicht angefangen, Richard. Lieber Bernhard, wir entwerfen hier zur Zeit eine Titelgeschichte zu erfolgreichen Ostdeutschen. Mir ist außer uns beiden zunächst gar niemand eingefallen. Aber dann habe ich mich hingesetzt und doch noch ein paar gefunden, die man, zumindest wenn man sie mit den anderen 15 Millionen Ostdeutschen vergleicht, erfolgreich nennen könnte. Weil man ja gerade bei den erfolgreichen Ostlern nie sicher sein kann, ob sie nicht auch als die EM gearbeitet haben, schicke ich dir hier mal die Liste von den Kandidaten für die Titelgeschichte. Es sind die Uchenfatter, Sportler, Schauspieler, Volksmusikanten und dieser Fernsehansager. Ich hoffe, du kannst mich wie immer ein bisschen bevorzugt behandeln. Mit anderen Worten, es wäre schön, wenn ich die Ergebnisse Ende nächster Woche hätte. Inklusive Außenstellenrecherche. Ich würde sie mir gern höchstpersönlich aus Berlin abholen, wenn das ein Ansporn für dich ist. Deine Doris. Brahnstein geht zu den Privaten. Was? Brahnstein geht zu den Privaten. Er fängt ein Frühjahr an. Ich denke, er sollte bei uns Ende des Jahres vom Sender gehen. Dann brauchen wir einen neuen Mann für das Tagesjournal. Das würde er sich anbieten. Ich finde das nicht komisch, Geert. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können? Ich weiß es seit gestern. Hat er denn nicht mit dir verhandelt? Sicher, aber wir können doch nicht mithalten. Und am Ende dachte ich, vielleicht ist ein neues Gesicht gar nicht schlecht. Aber sowas muss doch lange vorbereitet werden. Komm, Charlie, Föth. Aber ich war kein IEM. Na ja, es gibt Beispiele. Da wurden die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann auch IEM werden. Aber das war eher selten. Und was kann ich tun, um zu beweisen, dass ich genau so ein Fall war? Sie müssten Ihre Akte finden, oder? Oder? Oder Sie müssten sich erinnern. Prost. Doris Tyson vor dem Spiegel. Wir haben uns gestern Abend schon gesehen. Gestern Abend? Ja. Ist schon gut, Karinchen. Kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie was trinken? Ein Café vielleicht, ja? Danke. Gut. Also, ich habe jetzt einen Umschlag dabei. Da sind 1500 Mark drin. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Ich lege ihn hier auf den Tisch. Lass ihn hier auch liegen. Dann kommen wir morgen Vormittag nochmal vorbei und stimme mit Ihnen den Text ab. Bringen wir dann nochmal 1500, ja? Ich werte das mal als ein Ja. Wann haben Sie Jan Landers kennengelernt? Erinnern Sie sich an die Stadt? Kaum. Ich bin ja immer in der Dunkelheit angekommen. Manchmal war ich betrunken. Ich hatte kaum Urlaub, kaum Ausgang. Ein, zwei Mal waren wir in einer, wie hieß die, Bauarbeitergaststätte, glaube ich. Na ja, die ist in der Oststadt. War ich auch manchmal. Vielleicht haben wir uns ja damals gesehen. Sind ja ein Alter. Ich war so gut wie nie in der Stadt. Kam mir alles dunkler vor, Verlassener. Wie lange waren Sie hier? Anderthalb Jahre. Oh, ich muss tanken. Ach, war doch noch nicht nötig. Anzeige muss kaputt sein. Das war der Appellplatz. Da drin standen die Hubschrauber. Da waren unsere Unterkünfte und dahinter in so einer alten Villa saß die Regimentsführung. Komisch. Ich bin Frau Tyson, gerne. Und Sie schreiben also über erfolgreiche Ostdeutsche. Genau. Haben Sie eventuell noch Bilder aus seiner Armeezeit, nur damit man sich eine Vorstellung machen kann? Ja. Kann auch ein Passbild sein. Hm? Ja, ich weiß. Wir könnten Landers vielleicht blöffen. Den unter Druck setzen. Vielleicht gesteht er uns ja seine ganze Geschichte. Ich kenne Grundmann, seinen Chef bei den Nachrichten. Es ging ja. Oder er findet seinen Führungsoffizier. Wie? Ja, Landers war doch dort bei der Armee, oder? Ja. Bei Brandenburg. Da gab es vielleicht zwei oder drei Kasernen. Du musst rauskriegen, in welcher er war. Und dann müssen wir den von der Stasi finden, der dort saß, als Landers seinen Dienst abgeleistet hat. Der hat ihn auch angeworben. Aber die haben doch kein Privatarchiv. Ja, aber der Stasi-Offizier kann sich garantiert an Landers erinnern. Der steht jetzt bestimmt in seinem Trainingsanzug an einem Kiosk irgendwo in Neubrandenburg, trinkt sein Büchsenbier und gibt mit dem berühmten Mann an, den er damals angeworben hat. Bierbüchsen, so stellst du dir das vor, wie? Genauso. Nicht was bei Landers älter? Wie bei meinen, wie überall. Eben, Doris. Weiß Reil denn schon, dass es eine Karteikarte gibt? Garantiert. Oh, scheiße. Aber er ist auch die Spiegeltante. Haben wir keinen Vorsprung? Nee. Du musst die Karteikarte mitgehen lassen. Da kann sich reichlich dem Spiegel geben. Spinnst du? Wenn das rauskommt, stehe ich vor Gericht und du bist dein Job auch los. Darf er nicht rauskommen? Anrufen an. Nee. Landers. Mieke! Komm her! Komm her! Du! So viele gibt es ja nicht in Neubrandenburg. Oder bei der Armee. Du warst bei der Armee. Okay. Guck mich an. Kann ich mir selbst kaum mehr vorstellen. Hast du Lust, morgen mit mir nach Sylt zu fahren? Das ist Sylt. Langsam mal. Gut. Musik Das war's. Soll ich Sie ein Stück mitnehmen? Wenn Sie nach Hamburg fahren? Steigen Sie ein. Guten Tag, Frau Selewski. Das mit der Versicherung, das macht alles in meinem Mann. In meinem Zimmer. Herr Selewski? 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 Hätten Sie doch ein Wort vorher gesagt, dann hätte ich was vorbereitet. Bitte kommen Sie. Herr Raschke, was gibt es? Ich habe da noch ein paar Fragen. Warten Sie bitte im Besucherzimmer. Das war der Herr Raschke von der Lokalpresse. Das war der Herr Raschke von der Lokalpresse. Der Typisch, Jan. Der kommt schon nach Puschel. Der kommt immer zu spät. Nur der Anrufbeantworter. Er hat uns total vergessen. Komm, wir gehen zum Hafen. 10 bis 5, 10 Minuten. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Es war hier. Panko. Ich habe es doch gesehen. Ich habe es mir rausgeschrieben. Panko. Panko. Was meinen Sie, was mein Chefredakteur sagt, wenn ich ihm damit komme? Ein verschwundenes Panko. Um was Berlin denkt, wenn ich das erzähle. Herr Reichelt? Ja. Herr Raschke von der NAZ wartet im Treppenhaus. Der soll warten. Auf was eigentlich? Der schreibt seinen Jubiläumstext. Jubiläumstext? Ja. Ich verstehe das nicht. Ich werde das lückenlos aufklären. Das kann ich Ihnen auch nur raten. Na, haben Sie gefunden, was Sie wollten? Wollen Sie wissen, dass ich was gesucht habe? Tun wir das hier mal? Wir. Noch 20? Wieso bist du denn so braun? Hm? Süd. Oh. Mhm. Wo war noch Krimatik 2? Noch 10 Sekunden. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Das ist doch paranoid. Was denken Sie? Ich bestimme die Spielregel. Sie erinnern sich nicht an mich? Nee. Na, ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Wenn Sie nicht so bekannt geworden wären, hätte ich mich auch nicht an Sie erinnert. Na, wir haben damals über Filme und Musik geredet. Warum? Sie waren Discjockey. Das war der Ansatz. Ja, und? Was wollten Sie von mir? Wir wollten Sie gewinnen, bei uns mitzuarbeiten. Was sonst? Ich war doch das Gegenteil von einem zuverlässigen Mitarbeiter. Ich habe mein Studium geschmissen. Ich habe mich für Musik interessiert, für Mädchen. Ich hätte doch nie freiwillig mitgemacht. Die wenigsten wollten das. Zunächst. Es war ja schwer, die persönlichen Interessen und gesellschaftlichen Interessen zusammenzubringen. Da musste man oft ein bisschen nachhelfen. Und wie wollten Sie mich zwingen? Jeder macht Fehler. Sie haben in irgendeiner Diskothek, bei der ein Mitarbeiter von uns dabei war, ein Lied gespielt, das verboten war. Wir haben ihn gedroht, die Lizenz zu entziehen. Das ging Sie doch gar nichts an. Doch, doch, doch. Das war meine Aufgabe. Mein Leben zu zerstören, oder was? Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Das ist doch krank. Das ist doch vollkommen krank. Es ist völlig unmöglich, dass ich bei Ihnen mitgemacht habe. Sie waren zugänglich. Habe ich notiert damals. Offen für die Sache. Vielversprechend. Mein Deckname war Panko, sagt dieser Raschke. Wie sind Sie denn ausgerechnet auf Panko gekommen? Es ging um dieses verbotene Lied vom Udo hier, vom Udo Lindenberg, das Sie gespielt haben. Mädchen aus Berlin. So ein ganz heißes Mädchen aus Panko. Lindenberg war doch erlaubt. Gab doch sogar eine Amiga-Platte. Er war erlaubt mal nicht. In dem Jahr offenbar nicht. Und Mädchen aus Ost-Berlin. War immer verboten. Habe ich was unterschrieben? Darum geht es ja gar nicht. Doch, Mann, genau darum geht es. Habe ich was unterschrieben? Reiß dich zusammen, Mann. Der Nachrichtensprecher Jan Landers trifft in Neubrandenburg seine Vergangenheit. Neubrandenburg im Oktober. Sein Gesicht passt nicht mehr hierher. Es ist das Gesicht eines Nachrichtensprechers. Es sieht glatt aus, so glatt, dass es nicht von der Nachricht ablenkt. Das Gesicht gehört Jan Landers. Dieses Gesicht passt nur vor dem blauen Hintergrund Deutschlands berühmtester Nachrichtensendung. Aber jetzt bewegt sich das Gesicht vor dem Plattenbord Neubrandenburgs. Dort passt es nicht hin. Dann nehme ich ein Wasser. Selter. Selter. Keine Limone, kein Eis. Was? Ah, nichts. Bring Sie einfach eine Selter. Ja? Ich habe die Karte, die Sie als IM führt. Aber ich war kein IM. Na ja, es gibt Beispiele, da wurden die Akte als Vorläufer angelegt. Das heißt, die haben Ihnen einen Namen gegeben und gehofft, dass Sie dann auch IM werden. Aber das war eher selten. Und was kann ich tun, um zu beweisen, dass ich genau so ein Fall war? Sie müssten Ihre Akte finden, oder? Ja. Ja. Oder? Oder Sie müssten sich erinnern. Prost. Louis Theissen vom Spiegel. Wir haben uns gestern Abend schon gesehen. Gestern Abend? Ja. Ist schon gut, Karinchen. Kommen Sie rein. Danke. Wollen Sie was trinken? Ein Café vielleicht, ja? Danke. Gut. Also, ich habe jetzt den Umschlag dabei. Da sind 1500 Mark drin. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Ich lege ihn hier auf den Tisch. Lass ihn hier auch liegen. Dann kommen wir morgen Vormittag nochmal vorbei und stimme mit Ihnen den Text ab. Bringe dann nochmal 1500, ja? Ich werte das mal als ein Ja. Wann haben Sie Jan Landers kennengelernt? Erinnern Sie sich an die Stadt? Kaum. Ich bin ja immer in der Dunkelheit angekommen. Manchmal war ich betrunken. Ich hatte kaum Urlaub, kaum Ausgang. Ein, zwei Mal waren wir in einer, wie hieß die, Bauarbeitergaststätte, glaube ich. Na ja, die ist in der Oststadt. War ich auch manchmal. Vielleicht haben wir uns ja damals gesehen. Seit Jahren Alter. Ich war so gut wie nie in der Stadt. Kam mir alles dunkler vor, verlassener. Wie lange waren Sie hier? Anderthalb Jahre. Oh, ich muss tanken. 2 Nachrichten vorhanden. Nachricht 1. Guten Tag, Herr Landers. Hier ist Gerlach von Gerlach Immobilien. Wir haben Ihre Reservierungsanfrage zu unseren Elbloft zu erhalten. Es ist Loft 326, 186 Quadratmeter Pentans. Sie könnten sich den Loft am kommenden Mittwoch ansehen, bevor Sie die Reservierung vornehmen. Rufen Sie uns doch bitte morgen zwischen 9 und 19 Uhr zurück. Hamburg, 437891. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Nachricht 2. Jan, Mutti, hallo. Jan, also nächsten Sonnastag ist doch der Hafengeburtstag. Und da haben wir uns überlegt, Vati und ich, dass wir gerne mal vorbeikommen würden. Können wir wieder bei dir übernachten? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Also wir kommen mit dem Zug, der 10.52 Uhr Hauptbahnhof Hamburg ankommt. Holst du uns ab? Eine West hoping, dass du übeling, dass noch nicht gesprochen wird. So schnell, wenn wir uns- und stein, collaborate zäfert er. Was hast du professionals gemacht? Und aufbereit die. So schnell, sehr kurz. Dann kommen die Floss zu finden. So schnell, in die Floss sind schmerzend. Alles? Untertitelung. BR 2018 Ja, Raschke? Alter, nee, nee, ich bin schon seit zwei Stunden, oder? Ja, ich war joggen. Ja, ja, klar, es bleibt dabei, Herr Dr. Reichelt. Um elf bin ich bei Ihnen. Einen Fotografen noch nicht. Doch, was wird denn große Sache in unserer Wochenendausgabe, hm? Ja, genauso groß wie mit dem Ministerpräsidenten. Gut, bis gleich, Herr Dr. Reichelt. Ja. Mitten in der Nacht. Reichelt, du Arsch. Unser erstes Thema, am 3. Oktober sind die Deutschen fünf Jahre vereint. Umfragen haben Hochkonjunktur und verraten uns, es geht voran. Die Hälfte der Ostdeutschen denkt mittlerweile, dass es wirtschaftlich ist. Ja? Sie wollten mich sprechen? Wissen Sie, wie viele Haare ein gesunder Mensch am Tag verliert? Zehn. Hundert. Man kann hundert Haare verlieren, ohne sich Sorgen zu machen. Sorgen um was? Was weiß ich. Setzen Sie sich. Wissen Sie eigentlich, dass Sie der einzige Mitarbeiter aus den neun Ländern hier sind? Nö, wundert mich aber auch nicht. Warum wundert Sie das nicht? Weil ich nicht den Eindruck habe, dass irgendjemand sich hier wirklich für den Osten interessiert. Weil wir im Urlaub nicht an Ihre Baggerseen fahren? Wir sagen gar nicht Baggerseen. Was sagen Sie? Weiß nicht, jedenfalls nicht Baggerseen. Schönes Beispiel. Wie Sie vielleicht gehört haben, obwohl es natürlich niemand weiß, verlässt unser Kollege Branstein in Richtung Privatfernsehen. Habe ich nicht gehört. Auch gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ihn beim Tagesjournal ersetzen. Wow. Ja. Wir machen natürlich vorher ein paar Tests. Haben Sie eigentlich studiert? Abgebrochen. Und was? Kulturwissenschaften. Hätte ich auch abgebrochen. Gut, Landers. Das war's. Ich sage Ihnen Bescheid, wann die Tests genau anfangen. Landers? Ja? Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Ja? Ja. Kiesgruben. Baggerseen heißen bei uns Kiesgruben. Ja. Zwei Nachrichten vorhanden. Nachricht 1. Guten Tag, Herr Landers. Hier ist Gerlach von Gerlach Immobilien. Wir haben Ihre Reservierungsanfrage zu unseren Elbloft zu halten. Es ist Loft 326, 186 Quadratmeter Penthouse. Sie könnten sich den Loft am kommenden Mittwoch ansehen, bevor Sie die Reservierung vornehmen. Rufen Sie uns doch bitte morgen zwischen 9 und 19 Uhr zurück. Hamburg, 437891. Vielen Dank. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Nachricht 2. Jan? Mutti? Hallo. Jan, also nächsten Donnerstag ist doch der Hafengeburtstag. Und da haben wir uns überlegt, also Vati und ich, dass wir gerne mal vorbeikommen würden. Können wir wieder bei dir übernachten? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Also wir kommen mit dem Zug, der 10.52 Uhr Hauptbahnhof Hamburg ankommt. Holst du uns ab? Wir kommen mit dem Zug, der 10.52 Uhr. Finanzativ übernehmen. Das war's. 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 Also gut. Gib mir deine Handynummer. Ich seh zu, was ich machen kann. Vielleicht rufe dich immer dann. Vielleicht auch nicht. Danke. Von mir hast du nichts gehört. Klar. Wegtreten. Ich wollte dich warnen gewissermaßen. Dieser Jan Landes, der da gerade die Nachrichten liest, also eine befreundete Journalistin ist bei Recherchen auf einer Karteikarte gestoßen. Sieht so aus, als war dein Mann I.M. Ja. 99 Prozent. Vom Spiegel. Das können wir nicht sagen, bevor die Akte nicht aufgetaucht ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich dachte nur, es ist besser, wenn du es weißt. Bevor du es aus der Zeitung erfährst. Ja. Sollten wir machen. Vielleicht im November. Gut. Also, bis dann. Die Vertreibung der Bevölkerung. Scheiße. Verdammte Scheiße. Der Frankfurter Holzschutzmittelprozess muss neu aufgeräumt werden. Es ist Karl-Heinz Grundmann. Ah. Ja, Karl-Heinz. Was? Landers. Wieso? Den sehe ich doch gerade. Wer sagt das? Oh. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr nicht diese Kommission nach? Ach so. Ja, dann nimm ihn runter. Herr Professor. Nein, nicht jetzt. Lass ihn die Nachrichten zu Ende lesen. Ich stelle ihn zu dir und nehme ihn runter, bis die Dinge geklärt sind. Wir können uns das nicht leisten. Stell dir mal vor, der liest die Nachricht von seiner eigenen Enttarnung vor. Nein. Nimm ihn runter. Herr Frisse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, wissen Sie nicht? Nehmen Sie mich mit. Zurück in Ihre Stadt. Dafür bin ich ja da. Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wanner Landers. Margarete B. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektrokohle. In der Konstruktion. Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn er lieber einen Ingenieur gehabt hätte. Das sieht sehr hübsch aus. Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. War Jan beim Stasi? Bei der Stasi? Es heißt die Stasi, nicht der Stasi. Mein Sohn war nicht bei der Stasi. Woher weißt du das? Meine Mutter weiß das. Das ist die neue Brandenburger Nacht. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, ist schon beeindruckend. Die Luft ist ja auch sehr gut. Soll ich Ihnen den großen Wagen zeigen? Ich bin die Doris. Ja. Da hat so einen Reporter angerufen bei Jan, als ich neulich da war, von einer Zeitung aus Neubrandenburg, von irgendeiner Stimme oder sowas. Wer war Neubrandenburg? Luftstreitkräfte. Er hat allerdings nie ein Flugzeug von innen gesehen. Hör auf, Werner. Und wo liegt dieses Neubrandenburg? Kennen Sie die 96? Werner. Ja, ich auch nicht. Und das finde ich interessant. Egal ob er bei der Stasi war oder auch nicht. Und außerdem ist er aus Lichtenberg. Er hat ganz bei mir in der Nähe gewohnt. Du schreibst immer nur über dich selbst. Stimmt. Ich mag Wasser. Willst du deshalb hierher ziehen? Vielleicht. Ich ziehe bei meinem Freund aus. Aha. Und du? Ich suche. Ich wohne seit zwei Jahren in Hamburg. Ich wollte immer mal eine Einwahrungsparty schmeißen, aber habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich glaube, es liegt an der Wohnung. Ich habe keine Lust, irgendjemanden einzuladen. Was ist mit der Wohnung? Sie ist ein Übergang. Irgendwie wollte ich nie, dass jemand sie sieht. Ich bin hier ausgezogen, weil ich nicht wusste, ob ich zurück nach Berlin gehe. Lebt deine Familie da? Ja. Meine Eltern und meine Schwester. Was machen die? Mein Vater ist Konstrukteur. Meine Mutter arbeitet an der Uni. Sie hat sich schon vor 20 Jahren von ihm scheiden lassen sollen. Und meine Schwester ist mit einem Idioten verheiratet. Hast du Geschwister? Nee. Und deine Eltern? Meine Mutter ist gestorben, mein Vater. Schwer zu sagen. Er malt. Also versucht zu malen. Er lebt auf Sylt, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ein bisschen sonderbar, aber ich liebe ihn sehr. Also dann. Ich stand da übrigens vorher nicht ganz zufällig da. Ich habe mir gedacht, vielleicht bist du ein bisschen schüchtern und ich muss die Initiative übernehmen. Na? Ich meine meine Musik. Musik Malzeit! Malzeit! Kopf hoch! Gute Nachrichten? Tja, wie man es nimmt und bei Ihnen? Haben Sie mal eine Zigarette? Haben Sie wirklich gedacht, ich sehe Sie nicht? Was suchen Sie hier eigentlich? Ich fürchte dasselbe wie Sie. Weshalb fürchten Sie sich? Ich bin aber die Lokalpresse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, finden Sie nicht? Nehmen Sie mich mit? Zurück in Ihre Stadt? Dafür bin ich ja da. Ja. 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 Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wanner Landers. Margarete B. Okay. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur? Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektro-Kohle. In der Konstruktion. Ich bin Schlosser Ingrid. Auch wenn er lieber einen Ingenieur gehabt hätte. Das sieht sehr gut aus. Entschuldigung, wenn ich so mit der Tür ins Haus falle. War Jan beim Stasi? Bei der Stasi. Bei der Stasi. Es heißt die Stasi, nicht der Stasi. Mein Sohn war nicht bei der Stasi. Woher weißt du das? Meine Mutter weiß das. Das ist die neue Brandenburger Nacht. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, ist schon beeindruckend. Die Luft ist ja auch sehr gut. Soll ich Ihnen den großen Wagen zeigen? Ich bin die Doris. Sie eigentlich? Ich fürchte dasselbe wie Sie. Weshalb fürchten Sie sich? Ich bin aber Sie Lokalpresse. Ich bin übrigens aus Ost-Berlin. Ich habe es schon ganz schön weit gebracht, finden Sie nicht? Nehmen Sie mich mit? Zurück in Ihre Stadt? Dafür bin ich ja da. Ja. 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 Da ist niemand zu Hause. Wir sind die Eltern. Das ist meine Frau. Ich bin Wanner Landers. Margarete Bär. Freut mich. Ich bin sowas wie Jans Freundin. Jan hat mir von Ihnen erzählt. Ja? Was denn? Sie arbeiten an der Universität und Sie sind Konstrukteur. Sie ist Sekretärin und ich war Meister bei Elektrokohle. In der Konstrukteur. In der Konstrukte. Pa. 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 Jericho. 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 Stadt Jericho. Noch 30. Vorwarnung für die Maz 2. Maz 2. Noch 20. Guten Abend meine Damen und Herren. Guten Abend meine Damen und Herren. Guten Abend meine Damen und Herren. Guten Abend. Guten Abend. Noch 10 und Achtung. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit den Nachrichten. Guten Abend meine Damen und Herren. Bundeskanzler Helmut Kohl hat heute am letzten Tag seiner Nahostreise die Ehrendoktor Würde der Philosophischen Fakultät der Universität Ben-Gurion erhalten. Anschließend traf er in der israelischen Stadt Jericho den PLO-Chef Yasser Arafat zu einem Gespräch. Und ab. Für gut zwei Stunden kam der Bundeskanzler am Vormittag in das palästinensische Autonomiegebiet. Der erste offizielle Besuch eines deutschen Regierungschefs bei Palästinenser Führer Arafat. Auch für die palästinensischen Dudelsackpfeifer. Ich kann nicht sagen, dass es mir leid tut. Dazu ist es zu spät. Aber ich möchte Ihnen wenigstens erzählen, worum es ging. Ich werde Sie morgen früh exakt 7 Uhr aufnehmen. Ich fahre einen roten Lader. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, informieren Sie diesen Schmierfink von der NHZ nicht darüber. 7.00 morgen früh. 8.00 Uhr. 6.00 Uhr. 9.00 Uhr. 56.00 Uhr. So, hier sind wir sicher. Wovor? Vom Feind? Wenn Sie so wollen. Das ist doch paranoid. Was denken Sie? Ich bestimme die Spielregeln. Sie erinnern sich nicht an mich? Nee. Na, ich will Ihnen keinen Vorwurf machen. Wenn Sie nicht so bekannt geworden wären, hätte ich mich auch nicht an Sie erinnert. Wir haben damals über Filme und Musik geredet. Warum? Sie waren Discjockey. Das war der Ansatz. Ja, und? Was wollten Sie von mir? Wir wollten Sie gewinnen, bei uns mitzuarbeiten. Was sonst? Ich war doch das Gegenteil von einem zuverlässigen Mitarbeiter. Ich habe mein Studium geschmissen, ich habe mich für Musik interessiert, für Mädchen. Ich hätte doch nie freiwillig mitgemacht. Die wenigsten wollten das, zunächst. Es war ja schwer, die persönlichen Interessen und gesellschaftlichen Interessen zusammenzubringen. Da musste man oft ein bisschen nachhelfen. Und wie wollten Sie mich zwingen? Jeder macht Fehler. Sie haben in irgendeiner Diskothek, bei der ein Mitarbeiter von uns dabei war, ein Lied gespielt, das verboten war. Wir haben ihn gedroht, die Lizenz zu entziehen. Das ging Sie doch gar nichts an. Doch, doch, doch. Das war meine Aufgabe. Mein Leben zu zerstören, oder was? Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Das ist doch krank, ey. Das ist doch vollkommen krank. Es ist völlig unmöglich, dass ich bei Ihnen mitgemacht habe. Sie waren zugänglich. Habe ich notiert damals. Offen für die Sache. Vielversprechend. Mein Deckname war Panko, sagt dieser Raschke. Wie sind Sie denn ausgerechnet auf Panko gekommen? Es ging um dieses verbotene Lied vom Udo hier, vom Udo Lindenberg, das Sie gespielt haben. Mädchen aus Ost-Berlin. So ein ganz heißes Mädchen aus Panko. Lindenberg war doch erlaubt. Gab doch sogar eine Amiga-Platte. Er war erlaubt mal nicht. In dem Jahr offenbar nicht. Und Mädchen aus Ost-Berlin. War immer verboten.